Herzlich willkommen in unserer Einleitungs-Warteschlange. Bleibt ein Weilchen und hört zu, bis für unsere Gäste ein Platz in dieser Gesprächsrunde über Diablo 4 frei wird. Und nun war ich nie sonderlich gut mit Zahlen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Diablo diejenige Spieleserie ist, die ich am allermeisten gespielt habe. Das müssen tausende Stunden gewesen sein in Diablo 1, in Diablo 2, in Diablo 3 und dann noch ein paar Bonusstunden im Launch-Zeitraum von Diablo 3, als ich Error 37 angestarrt habe. Insofern ist die Beta von Diablo 4 für mich gleich ein dreifaches Nachhausekommen. Endlich mehr Diablo! Yay! Zweitens, hey, wieder Fehlermeldungen und Warteschlangen! Yay! Und drittens, habe ich diese Version im Dezember schon mal gespielt, da allerdings noch im kleineren Pressekreis und mit viel weniger Leuten auf den Servern. Und nun fragt sich natürlich nach dieser Beta von Diablo 4, was sind denn die Lehren daraus? Macht sie uns zuversichtlich? Macht sie uns besorgt? Oder ist es eine komische Mischung aus beidem? Darüber möchte ich sprechen mit dem besten österreichischen Export seit der Mozart-Kugel. Er hat natürlich jede einzelne Sekunde dieser Diablo 4-Beta live auf Twitch gestreamt und letztes Jahr sogar schon an der geheimen Endgame-Beta von Diablo 4 teilgenommen. Habe ich mir sagen lassen, herzlich willkommen, Jesse Rocks! Hallo, hallo in die Runde. Und ja, ich habe jede Sekunde mitgenommen, die es überhaupt gab in Diablo und habe jetzt schon ein bisschen sehr, sehr, sehr viel gespielt. Das kann man nicht schönreden. Ich habe einfach jede Minute gespielt, die es möglich war. Und ich bin schon sehr gespannt, sehr gespannt. Definitiv. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal die Beschwerde einreichen. Ich war nicht in dieser Endgame-Beta. Das ist alles nicht fair. Und nicht nur ich war nicht in dieser Endgame-Beta, sondern auch mein zweiter Gast. Ebenfalls mit dabei ist nämlich die Chefredakteurin von MeinMMO, die weite Teile dieser Diablo 4-Beta im, wie sie selbst sagt, MMO-Eichhörnchen-Modus verbracht hat. Herzlich willkommen, Leia. Hallo. Ja, das habe ich gemacht. Ich war ein Eichhörnchen. Das musst du uns später erklären, was genau das bedeutet. Ich sage kurz dazu, für alle nicht wundern, Leia ist gerade frisch. dem Lazarett entschlüpft. Wenn sie also noch ein bisschen verschnupft klingt, dann liegt das nicht an Diablo 4 oder zumindest nicht nur. Und unsere Herzen und Gedanken sind natürlich bei Maurice, der in diesem Moment in seinem Urlaubsflugzeug sitzt. Aber er ist auch immer irgendwie bei uns natürlich, wenn es um das Thema Diablo geht. So, Jesse, darfst du eigentlich über diese Endgame-Beta sprechen? Ich sage mal so, nein. Aber es ist ja schon ein bisschen was durchgesickert. Also so sehr Endgame-mäßig war das nicht, sondern ich bin da ziemlich gut abgegrenzt für die Sachen, die schon durchgesickert sind. Man konnte auch sehr, sehr viel lesen auf diversen Portalen und in den Reddit-Foren. Also da kann man sicher die ein oder andere Sichtweite ergänzen, wenn es jetzt speziell um den Beta-Kreis geht. Weil es kam ja sehr viel Feedback zurück, dass der Skill-Baum zu wenig ist. Aber man muss fairerweise dazu sagen, es ging ja auch nur bis Level 25 und nicht bis 100. Weil das Endlevel wird ja dann 100 sein, inklusive des Paragon-Baums. Also das Diablo nimmt sehr stark an Tiefe zu, wenn man in den späteren Bereich kommt. Also dieses Argument, ja, es ist nicht tief genug, das zählt jetzt für die Beta zwar, aber nicht für das finale Spiel. Ja, aber das ist ein Wort, weil am Ende, ich meine, da werden wir auch später wahrscheinlich nochmal intensiver drüber reden. Das Endgame ist ja dann das, was zählt. Also da ist es ja, das ist die Phase des Spiels, wo es dann auftrumpfen muss. Ich meine, wie geht es dir denn jetzt generell, Jesse, nach dieser Diablo 4 Beta bis Level 25? Hast du jetzt ein besseres Gefühl, was Diablo 4 angeht? Oder hast du ein schlechteres oder bist du auch so ein bisschen hin und her gerissen? Ich bin, also das Gefühl ist mal, ich sag mal so, es ist besser, weil ich die Entwicklungsfortschritte zwischen den einzelnen Testphasen mitverfolgen konnte. Eben von dieser geheimen Beta von Vor-Ort-Testing damals, wo wir noch eine Demo gespielt haben, bis zu der im Dezember, wo ein kleiner Kreis spielen konnte. Das ist ja jetzt das ein bisschen, was wir wieder spielen, halt erweitert. Also es ist auf jeden Fall ein Fortschritt zu sehen. Was ich ein bisschen schwierig finde, sind so Themen wie, warum ist der Shop draußen und warum wird nicht über den Battle Pass gesprochen? Das sind immer so die Sachen, wo ich mal fragen muss, der Release ist jetzt nicht so weit weg. Warum kommen diese Themen nicht auf oder warum gibt es da kein Statement? Also warum möchte man uns nicht zeigen, was in dem Battle Pass drin ist, weil der kostet ja auch 10 oder 15 Euro jede Season. Oder was es im Shop kostet. Also da sind so ein bisschen, ansonsten vom Spielgefühl her, von der Atmosphäre, ist Diablo definitiv auf dem richtigen Weg. Also das ist auch so meine Einschätzung. Technisch gesehen muss es noch ein bisschen optimiert werden, das hat man jetzt auch in der Beta gesehen. Aber für den ersten Start, server-technisch, spieletechnisch, gibt es mal definitiv einen Daumen hoch. Ich dachte, es wird viel schlimmer. Ich habe sogar eine Theorie, eine positive ausnahmsweise Theorie, warum der Shop nicht drin ist. Denn in der Beta von Diablo Immortal damals war der Shop drin, weil er so verzahnt war mit der Spielmechanik. Ist ja ein Free-to-Play-Spiel auf Mobile und auf dem PC und hat dadurch auch kaufbare Währungen und Belohnungen, die du dann direkt irgendwie im Spiel halt weiter einsetzen kannst. Keine Ahnung, diese Embleme für die Dungeons und so weiter. Also sprich, da ist der Shop ja wirklich ein integraler Bestandteil des Flows von Diablo Immortal. Und hey, Daumen drücken, dass der Shop jetzt nicht drin ist bei Diablo 4, würde ja immer oder könnte immerhin darauf hindeuten, dass er eben nicht so integral ist. Dass sie wirklich ihr Versprechen halten und okay, es ist halt Kosmetik drin, aber es ist nichts drin, was euer Spielerlebnis beeinflusst oder großartig irgendwie verändert. Das war meine positive Theorie. Die negative Theorie ist, sie haben einfach Angst und wollen das so weit wie möglich hinauszögern, bis man das sieht, bis dann das Spiel klappt. Soll ich ganz kurz deine Theorie zerstören? Das musst du aber dann wieder rausschneiden aus dem Podcast. Du hast recht, also der Shop war bei Diablo Immortal in der Testphase drin, aber es war ein abgeschwächter Shop, der ganz anders kam, damit eben kein Wind kommt. Also es wäre schon möglich gewesen und auch in einer Version, die ich mal gespielt habe, war der Shop auch schon integriert und das war auch eher ein bisschen eine gefühlt abgeschwächte Position. Also da wurde durchgerechnet, dass dann Sets 20 Euro kosten und wenn wir uns ehrlich sind, glaube ich, ist 20 Euro nicht das Preissegment, das Blizzard fortschwebt. Also ich denke mal, also das wurde mal rausgerechnet bei Reddit auch mit diesem Palladium, das ist ja dann die Ingame-Währung und wir sehen ja schon Diablo beim Kaufen, das ist ja schon ein bisschen teurer, sage ich jetzt mal, mit den unterschiedlichen Versionsnummern. Und deswegen, ja, Daumen drücken, also ich hoffe, dass eben diese Pay-to-Win-Mechanik, diese Thematik nicht aufkommt, dann habe ich zwar ein sehr gutes Video weniger, aber lieber ein Video weniger ohne Pay-to-Win und dafür ein gutes Spiel. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Leia, wie ging es dir denn jetzt mit dieser Beta? Hattest du Spaß? Ich hatte definitiv Spaß, also sonst hätte ich jetzt auch nicht die mehreren Stunden gespielt. Ich war auch sehr traurig, als dann die Beta zu Ende war. Ich habe wirklich so bis zur allerletzten Minute es ausgekostet, bis dann auf einmal klar war, okay, ich kann mein Gebiet nicht mehr verlassen und die Scroll funktioniert jetzt auch nicht mehr zum Teleportieren. Also jetzt ist es wirklich vorbei. Und das hat mich dann schon ein bisschen traurig gemacht, weil ich hatte echt Bock, einfach weiterzuspielen. Mich hat sehr viel abgeholt bei Diablo 4. Ich bin jetzt insgesamt noch optimistischer. Ich sage jetzt eigentlich schon seit Anfang des Jahres, dass Diablo 4 das größte Spiel auch dieses Jahr wird. Ungeachtet, was für einen riesigen Erfolg Hogwarts Legacy jetzt hatte oder auch ein Starfield haben könnte, muss man natürlich noch mal abwarten. Aber ich bin doch sehr optimistisch, dass es einfach ein riesiges Spiel für Gamer und Gamerinnen da draußen wird, gerade auch was Community Engagement angeht. Und ja, das, was bei mir wirklich noch der größte Bauchschmerzfaktor ist, ist jetzt neben dem Shop, das hat ja Jesse schon genannt, da gehe ich vollkommen mit, dass es noch immer ein bisschen, ja, ein bisschen Bauchschmerzen macht, wenn einfach genau diese Zahlen nicht draußen sind. Aber es ist tatsächlich einfach das Endgame. Also das ist für mich immer noch so eine gewisse Blackbox, wie das dann letztendlich funktionieren wird. Auch im Sinne von, was machen wir jetzt eigentlich im Endgame? Was werden da die wichtigsten Inhalte werden? Von dem, was mir eigentlich in der Beta sehr viel Spaß gemacht hat, das Nicht-Lineare und dass man die ganze Zeit im Prinzip entscheiden konnte, mit was mache ich jetzt eigentlich? Worauf habe ich gerade Bock? Will ich gerade einen Dungeon laufen? Will ich gerade irgendwelche Statuen abfarben? Will ich, weiß nicht, was lustig in der Ecke stehen und E-Mode spammen? Also alles Mögliche, was man halt so machen kann. Aber das ist für mich tatsächlich noch so ein bisschen nebulös, wie das Endgame aussehen wird und da bin ich etwas skeptisch, ja. Ich meine, man kann sich ja schon vieles auch ableiten aus der Version, was im Endgame vielleicht stören könnte. Aber bevor wir drüber reden, möchte ich dich zuerst natürlich fragen, weil ich es vorhin schon in der Einleitung erwähnt habe. Was ist der Eichhörnchen-Modus? Naja, das Eichhörnchen steht ja so ein bisschen dafür, dass man sich von etwas ablenken lässt. Das heißt, es gibt ja diesen Witz mit, ich bin gerade mitten in einer riesigen Präsentation, oh, guck mal, ein Eichhörnchen. Und da dieser MMO-Eichhörnchen-Modus ist, es gibt halt überall irgendwie was auf der Map zu tun und es blinken Sachen auf. Das heißt, ich bin halt mit meiner Gruppe losgestapft und ja, lasst uns jetzt die Hauptquest weitermachen. Oh, guck mal, da ist gerade ein blaues Zeichen für eine Nebenquest, die liegt ja auf dem Weg, lass die doch mal mitmachen. Ja, okay, machen wir die Nebenquest. Ähm, gut, jetzt laufen wir drei Schritte weiter. Oh, guck mal, da ist ja ein kleiner Dungeon, da sollten wir vielleicht reinrennen und gucken, was da so abgeht und gucken, was da für Loot drin ist. Okay, gehen wir rein. Ähm, dann geht's weiter. Oh, guck mal, da ist ja ein World-Event, lass das World-Event doch direkt mitmachen. Ja, das liegt ja auch gerade auf dem Weg zur Hauptquest. Hm, okay, ja, jetzt müssen wir aber auch mal wieder zurück und unsere Items wieder schrotten und verkaufen. Ja, okay. Ah, guck mal, da geht ja gerade die eine Nebenquest weiter, die wir vorhin angefangen haben. Ja, lass die doch jetzt machen. Das Ergebnis ist, ich hab halt etliche Stunden gespielt. Ich hab kaum was von den Hauptmissionen gesehen, weil wir eigentlich das ganze Wochenende nur in diesem Eichhörnchen-Modus waren. Lass doch mal dies machen, lass doch mal das machen. Also, ich hab nicht allzu effizient gespielt, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Okay, ich kenne jemanden in dieser Runde, ich will keinen Namen nennen, aber doch, es ist Jesse, dem es jetzt kalt den Rücken runterlaufen könnte, denn du hast ein Video gemacht mit dem wunderschönen Titel Ist Diablo 4 ein schlechteres Lost Ark? Ja, der Titel war schon sehr gut von mir gewählt. Ich hab vorhin in der Eileitung schon gesagt, ich hatte auch einen Call mit Blizzard davor. Boah, die sind auch sehr begeistert von diesem Videotitel. Ja, war vielleicht nicht die schlauste Idee, aber ich dachte mir, wir bringen einfach mal ein paar Punkte an. Und für jemanden eben, der sich versucht, nicht ablenken zu lassen, sondern der straight forward ist und Hauptquest zur nächsten Quest, weil wenn man auf rechts wegläuft, verliert man ja 35 Sekunden. Das geht ja nicht. Und deswegen gibt's noch ein paar Punkte, die vielleicht ein bisschen schwierig sind, ja. Oder für mich schwierig. Ja, also ich finde, ich finde auch tatsächlich, man muss ja drüber reden, Diablo 4 ist halt ein MMO oder es wird zumindest sehr stark MMO logischerweise durch die Shared World, aber auch durch die Struktur natürlich. Und was ist in dem Video auch schön erklärt, dass ja alleine schon jedes Gebiet diese übergreifende Belohnungsmechanik, so quasi wie ein Tagebuch hat, in dem man bestimmte Ziele erfüllen muss. Und das nicht für Firlefanzbelohnungen, sondern für wirklich wichtige und wertvolle Sachen wie Trankplätze, also hast du dann halt einen Heiltrank mehr, Skillpunkte, zusätzliche Skillpunkte. Also, ich meine, ein höheres Gut gibt es nicht in einem Actionrollenspiel und Paragonpunkte dann später, ne, wenn man alles freigeschaltet hat. Und um diese Sachen freizuschalten, muss man möglichst viele Aktivitäten in diesen Gebieten abhaken. Also das Eichhörnchen sein, ne, im Endeffekt. Du musst halt dann irgendwie alle Lilith-Statuen finden, die da irgendwie rumstehen. Wie viele sind's allein? Ich glaub, 28? 25 oder 28 waren's jetzt nur in der Demo. Und das ist halt schon mal, die sind auch teilweise sehr gut versteckt und das macht auch sicherlich ein- oder zweimal Spaß. Aber mit dem Season-basierten Game von Diablo, da kommen wir vielleicht noch gleich drauf, könnte das leicht frustrierend werden. Aber so wie du gesagt hast, also die, es ist jetzt nicht so ein Vierlefant, wo du diese, diese Mechanik ist, sondern es geht wirklich um Skillpunkte und es geht um Paragonpunkte. Und Diablo 4 hat ein gecapptes Paragonpunkte-System. Also bei Level 100 ist Ende Gelände, dann kriegst du keine XP mehr und dann kannst du dir diese ganzen Zusatzpunkte nur über diese Mechanik holen. Und deswegen ist es ein Muss für jeden Spieler, diese Mechanik zu machen. Es gibt eine sehr, sehr positive Nachricht, dass anscheinend PvP, also Player vs. Player, in dieser Mechanik nicht enthalten ist. Weil sonst wärst du gezwungen, PvP zu machen und das ist halt nicht jedermanns Sache. Also da ist es auf jeden Fall, da haben sie Gott sei Dank das schon gut registriert. Das sieht soweit auch schon solide aus, aber wie du sagtest, also das wird dann sehr, sehr umfangreich. Mein direkter Vergleich war mit Lost Ark, weil Lost Ark war das letzte Spiel, wo ich glaube ich 1000 Stunden oder so gespielt habe letztes Jahr. Und die hatten eben diese Mechanik. Final Fantasy 14 hat es auch, aber da kannst du vielleicht Lea was sagen. Lea, wie findest du diese MMO-Mechaniken, wo man eben sammelt und so weiter? Findest du das gut? Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es so bei den Hardcore-ARPG-Spielern ankommt, aber an sich machen mir solche MMO-Mechaniken schon Spaß. Und das Ding ist, MMO-Spieler und Spielerinnen, die haben eigentlich nicht so sehr gegen diese repetitiven Geschichten, weil du spielst es ja eigentlich eher so im Feierabend-Modus. Das heißt, du triffst dich mit ein paar Freunden und sitzt vielleicht gemütlich auf der Couch oder an deiner Gaming-Station am PC, je nachdem hast du dich eingerichtet. Und dann farmst du einfach stupide diese Sachen ab, kannst deinen Kopf dabei so ein bisschen abschalten und laberst nebenher. Und das ist wirklich das, wie du diese Art von Spielen spielst. Also ich sehe mich halt einfach schon, wenn das Spiel released ist, dann sehe ich so meinen Alltag, wie ich dann vielleicht morgens zur Arbeit fahre. Und dann gucke ich vielleicht bei Jesse Rocks vorbei, dass er ein coolen Druiden-Bild gerade veröffentlicht hat. Und dann schaue ich, oh, guck mal, das möchte ich vielleicht heute Abend mal ausprobieren. Verabrede ich mich mit meinen Kumpels und dann abends sitzt man dann vielleicht eine Stunde zusammen und ich sage, hey, ich habe da bei Jesse Rocks ein cooles Tutorial für einen Druiden gesehen. Und da gibt es jetzt dieses eine Ding, das will ich jetzt echt grinden. Dafür müssen wir aber diese verschiedenen Sachen auf der Map noch machen, damit ich das Ding bekomme. Ja, okay, dann lass uns doch zusammen gemütlich über die Map laufen und wir klatschen ein paar Mobs und nebenher erzählen wir uns halt gegenseitig, wie unser Tag war. Das ist eigentlich, wie man als MMU-Spieler mit diesen Arten von Mechaniken umgeht. Das hat dann mehr so was Meditatives und jeder weiß, dass es stupide ist und jeder weiß, dass es sich irgendwann die ganze Zeit wiederholt. Aber irgendwie macht es halt dann trotzdem auch Spaß. Also ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll. Ja. Ich hoffe, es macht Sinn, was ich mag. Definitiv, ja. Also ich finde das nachvollziehbar. Es ist nur so eine ganz andere Art, insbesondere ein Diablo zu erleben, als ich sie kenne, von mir zumindest. Weil für mich ist natürlich ein Diablo, ich meine ja, einerseits die Story spielen, aber wenn wir ehrlich sind, ist ein Diablo Loot, 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 Loot. Ja, ich will einfach nur den effizientestmöglichen Beute-Grind, der mir mit der höchstmöglichen Chance einen riesigen Batzen Legendaries vor die Füße kippt, im Idealfall. Und deswegen, und ich dachte auch so, ich bin ja normalerweise, also in Singleplayer-Rollenspielen auch insbesondere, bin ich das totale Eichhörnchen. Also ich kann keine gerade Linie gehen in einem Skyrim beispielsweise oder in einem, auch wahrscheinlich in einem Starfield, wenn es dann kommt, sondern ich muss immer gucken, okay, was ist da? Wo kann ich noch irgendwie abbiegen? Was ist da hinten am Horizont? Hey, Moment, liegt da eine Leiche am Wegesrand und sowas. Also da bin ich genauso. Aber wenn ich mich dann in einem Diablo bewege, dann werde ich viel mehr, weiß ich, dann erwarte ich viel mehr irgendwie einerseits Beute-Effizienz. Ja, also wirklich, dass ich halt dann das Gefühl habe, durch das, was ich mache, bekomme ich auch was Sinnvolles. Und auch natürlich, dass das, was ich mache, auch irgendwie, ja, wenigstens halt in irgendeiner Form cool und interessant ist. Und es gibt so ein paar Sachen in Diablo 4, wo ich mir so denke, wieso, ja, wieso gibt es denn diese Keller-Dungeons, also nicht Dungeons-Dungeons, sondern diese Mini-Dungeons, die ja wirklich nur ein Raum sind, mit vielleicht einem Monster drin, das dann irgendwie ein Item, wenn überhaupt, es gibt nicht mal vielleicht eine Truhe, ja, das lässt dann irgendwie ein Item fallen, wo ich das, dass ich mir angucke und sage, brauche ich nicht. Wer, warum bauen die sowas ein? Die Linus-Statuen lasse ich mir noch gefallen, weil die geben dir wenigstens so ein bisschen permanenten Attributs-Boost und dann ist es zumindest eine kleine Freude, sie zu finden, wenn man zufällig über die stolpert und denkst, okay, jetzt habe ich irgendwie plus zwei Punkte Geschicklichkeit mehr oder so. Aber diese, also ich weiß echt nicht, das ist, das ist so, das ist immer der Punkt, wo ich dann das Gefühl habe, Diablo 4 hat irgendwie eine Open-World gebraucht, damit man auch diese Shared-World umsetzen kann, damit man da andere Leute treffen kann. Aber irgendwie haben sie, haben sie nicht das, so komplett das Konzept, wie man die, wie man die cool füllen kann. Wisst ihr was? Ich weiß nicht, Jesse, wie geht's dir da? Hast du das Gefühl, dass alles in dieser Welt irgendwie sich lohnend und spaßig anfühlt, was man da erleben kann? Auf gar keinen Fall. Ich denke mal, es gibt in der Welt, also mit diesem Open-World-Konzept, es gibt da wirklich so Bereiche, die sind im Endeffekt Lava und da sollte man nicht hinlaufen. So wie du sagst, so Single-Räume, wo du dann, du gehst runter und denkst dir, jetzt bekomme ich was. Und dann ist ein kleines Event, du musst drei, vier Wellen von Gegnern töten und dann bleibst du noch fünf Minuten stehen, weil es gab ja keinen Loot. Und du schaust dich um und denkst dir, ist das jetzt ein Bug? Warum gibt es keine Kiste? Warum gibt es da keine Items? Und jetzt habe ich zehn Minuten meiner Zeit wirklich verschwendet. Also theoretisch, wie du es schon gesagt hattest, Diablo ist ja ein bisschen Level-Looten und man erwartet Items. Also man erwartet eigentlich dauerhaft Goblins zu finden. Und wenn du in der Open-World unterwegs bist, jede Stunde oder jede halbe findest du auch einen Goblin. Ich habe das jetzt absichtlich ein bisschen provokativ gesagt, weil man findet doch vielleicht nicht immer einen Goblin. Aber im Prinzip ist das halt dann so der Effekt, weil du siehst den schon auf der Karte und denkst dir, dich schnappe ich. Der läuft garantiert in irgendeine Leader-Bag rein. Also es ist schon ganz gut. Zur Mob-Dichte muss man vielleicht sagen, hinten raus wird es besser, weil das war einer der großen Kritikpunkte. Es ist zu wenig los auf der Karte, aber du bist ja noch im Leveln. Und wie gesagt, es gibt so Bereiche, wo man sagt, ja, da muss ich nicht unbedingt hin, weil da ist nichts los. Und dann hast du eine riesige Welt, weil Blizzard hat es ja auch immer, bewirbt es auch immer, riesige Welt, 150 Dungeons. Ihr habt ja auch die Instanzen und so gespielt. Die waren dann doch schon ein bisschen ähnlich dafür, dass es an die 150 unterschiedliche geben sollte. Ja, also es ist ein bisschen viel Marketing dabei, was aber prinzipiell trotzdem noch, das Spiel ist immer noch sehr gut. Und man muss halt, man lernt es dann, glaube ich, nach einer gewissen Zeit, dort laufe ich nicht mehr hin, weil das lohnt sich nicht. Und dort geh nicht rein, weil das lohnt sich nicht und fertig ist. Ja, ich möchte da auch ergänzen. Also ich glaube, Jessie möchte mich heute ein bisschen ärgern. Ich hätte auch so gerne einen Loot-Goblin gesehen. Nur einen. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich gebe euch da vollkommen recht, dass es da auch einige Aktivitäten gibt, die sind total blöd. Also es gibt halt stupide Aktivitäten, die sind cool und machen Spaß. Und ich hatte gerade hier im Chat auch gesehen, dass auch einige gesagt haben, ja, aber Diablo ist ja der Inbruchgriff von, wir metzeln einfach ein paar Mobs und looten und schalten dabei ein bisschen unser Gehirn aus. Da gebe ich auch vollkommen recht. Für mich ist das zum Beispiel diese Dungeons, wo man die Schlüssel finden muss. Das finde ich wirklich auch eine furchtbare Mechanik, weil ich bin eh schon so ein blindes Huhn. Und auch in der Gruppe ist es uns ein paar Mal passiert, dass wir einfach diese blöden Schlüssel übersehen haben und dann dreimal hin und her in so einem riesigen Dungeon gelaufen sind und einfach die blöden Schlüssel nicht gesehen haben. Und wo ist der? Wo ist der? Und dann irgendwann siehst du es mal irgendwo lila aufleuchten und aha, da ist der blöde Schlüssel und dann geht's weiter. Also für die Leute, die vielleicht die Beta nicht spielen konnten, ihr habt halt so, im Prinzip sind die Dungeons immer eh nicht aufgebaut. Ihr geht rein, dann müsst ihr XY mal machen, bis sich dann eine Tür, ein Tor öffnet und dann da irgendwo ein mittelgroßer Gegner ist, würde ich jetzt mal sagen. Und ihr da dann eben um Blut und sowas kämpfen könnt. Und eine von diesen Mechaniken ist halt, du brauchst zwei Schlüssel, um diese Tür öffnen zu können und die droppen dann irgendwie zufällig. Und manchmal übersieht man die einfach und manchmal musst du dann dreimal irgendeinen Fleischblock kaputt machen oder irgendwelche Skelett-Türme kaputt machen und dann öffnet sich halt die Tür. So sind halt die Dungeons größtenteils aufgebaut. Und ich geb dir da auch vollkommen recht, Jessie, dass da auch ein bisschen Marketing-Sprech, also dass es auch fürs Marketing-Sprech zum Teil ist mit, wir haben ja hunderte verschiedene Dungeons. Und ja, dann unterscheidet sich vielleicht hier und da mal ein bisschen der Schlauch oder ja, du klopfst halt mal Fleischklöpse oder du klopfst halt mal Skelettklöpse und das ist dann so ein bisschen der Unterschied. Und ich denke auch, dass man hier durchaus an Vielfalt nochmal nachlegen darf oder auch diese Mini-Dungeons in irgendeiner Form interessanter gestalten darf. Ich denke aber, dass es Sachen sind, die man vielleicht nicht unbedingt zum Release und da sind wir vielleicht wieder beim Verschieben oder nicht verschieben, wo man noch ein bisschen was dran schrauben kann. Was ja auch typisch ist für eigentlich MMOs, die kommen ja nie fertig raus. Kein MMO der Welt kommt fertig raus. Es wird halt irgendwie, irgendwann wird gesagt, okay, jetzt ist es halt so weit, dass wir es auf den Markt bringen können und dann wird es halt ständig weiterentwickelt und verbessert. Das gehört halt auch ein bisschen mit dazu. Ja, also ich meine, wir wissen ja, ob sie es nochmal verschieben jetzt oder nicht, das wird man sehen. Ich habe jetzt, ich habe vorher noch zu euch beiden gesagt, ich habe schon noch ein bisschen so Verschiebungs-Vibes bei Diablo 4. Wenn sie merken würden, dass es in der Beta doch noch an einer wirklich, an einer Stelle massiv knirscht oder auch sehen, die Leute stören sich wirklich an sowas wie diesen, wo ihr vollkommen recht habt, diesen gleichförmigen Dungeons. Dungeons, ah, also das hat mich, das ist wirklich so ärgerlich. Ich habe das, wie gesagt, ich hatte das ja im Dezember schon mal gespielt und mich da schon episch beschwert über diese Dungeons und jetzt habe ich es mit meiner Freundin im Koop gespielt und dann sind wir zum ersten Mal wieder durch so einen Dungeon und sie meinte so, Moment, jetzt ist ein anderer Dungeon, aber ich muss wieder Schlüssel suchen, ich muss die wieder auf diese Podeste legen, es ist wieder ein Blutbischof, dann der Bossgegner, war das nicht gerade erst und ich so, jopp, willkommen in Diablo 4. So, also damit habt ihr vollkommen recht, aber was diese Weiterentwicklung angeht, wir wissen ja, Diablo 3 wird Seasons haben, ich glaube, alle drei Monate haben sie gesagt, irgendwie eine neue Season und was Weiterentwicklung angeht, gäbe es ja zumindest schon ein paar Sachen, die auf ihrer Liste stehen. Also, ne, die Runen, die ursprünglich mal angekündigt wurden, dann aber halt irgendwie für sie nicht funktioniert haben, werden ja irgendwann kommen. Die Set-Items sind momentan noch auf die lange Bank geschoben, neue Gameplay-Elemente soll es darüber hinaus noch geben, haben sie versprochen. Also, ich glaube schon, dass das, was erstmal rauskommt von Diablo 4 halt, äh, der Nukleus ist, ja, der dann weiterentwickelt wird. Aber dieser Nukleus soll halt auch cool sein, ja, also, ich will halt nicht hinterher dann da sitzen und mir so sagen, wie ich es auch schon im Chat gelesen habe, äh, ja, ich kauf's dann halt irgendwie ein halbes Jahr nach Release oder sowas, ne, wenn die ersten Seasons rum sind, wenn die ersten neuen Sachen eingebaut sind oder vielleicht sogar ein Jahr nach Release, äh, bis es halt dann, äh, ja, quasi, bis die, äh, wie, Jesse hat das so schön gesagt, tut mir leid, dass ich dir das jetzt klaue, den Ausdruck, die Soft-Beta-Phase, die es ist zum Launch, bis die vorbei ist. Ja, das könnte ein bisschen schwierig werden. Also, das Verschieben, das sehe ich nicht, weil der technische Stress, das jetzt am Wochenende hat, glaube ich, für Blizzard-Verhältnisse super funktioniert. Also, so nach dem Motto, die Leute haben es eh schon gekauft, das bringen wir jetzt mal raus und optimieren können wir im Nachhinein immer noch. Dass du ein bisschen was hast, was sich immer wiederholt in Diablo ist leider normal, weil das ist halt ein Diablo. Du kannst ja auch die Instanzen zurücksetzen und immer wieder spielen. Also, da gibt es auf jeden Fall so ein paar Punkte. Das stört sich dann erst nach 10.000 Stunden. Da wird es dann echt ein bisschen langweilig, wenn es immer das Gleiche ist. Aber auch vielleicht ein kleiner Peak in Richtung Endgame. Das gibt es externe Mechaniken, die dann schon für deutlich mehr Abwechslung sorgen. Also, es ist keine stupide Kopie von Diablo 3, wo dann Greater Rift, 17.000 Greater Rifts, glaube ich, bin ich gelaufen in Diablo 3. Das sind dann die Sachen, die in Diablo 4 schon sich ein bisschen aufbrechen. Aber es hat natürlich ein Limit, weil Lea hat es richtig gesagt, es ist auch ein Spiel, was sich entwickelt. Und es wird halt dann mit Season, das ist so aufgebaut, dass Blizzard die Season-Inhalte übernehmen kann. Ja, also könnte man denken, sie haben sich sehr stark an Path of Exile orientiert, weil wir nehmen ja auch immer wieder Kernelemente mit und da löschen die wieder. Und das werden sie in die 4 sehr stark genauso machen mit den Inhalten und können dann halt einfach mal testen, runen, weil in der neuen Season alle drei Monate leveln wir von Null weg. Und wenn es nicht funktioniert, dann löscht es einfach die Mechanik. Und wenn es gut funktioniert, kannst du es ins Kerngame übernehmen. Also ich glaube, da sind sie schon auf dem richtigen Weg. Aber man muss halt sagen, sie haben ja selbst auch so eine Zeit rausgehauen, dass so für die ersten 50 Level soll man so 30, 40 Stunden brauchen. Und dann von 50 auf 100, wo es dann Richtung Endgame geht, brauchst du nochmal so 150, 180 Stunden. Also die Leute, die ich so kenne in der Endgame-Beta, war die Zeit halbiert man. Und dann ist man schon auf einem ganz guten Weg, weil das war wieder ein bisschen Marketing-BR, also von den Stunden her. Weil da warst du wirklich in jeder einzelnen Höhle, wenn du bis Level 50, 50 Stunden brauchst und hast jeden einzelnen Moppen Screenshot gemacht. Also das geht sich auf jeden Fall noch in einer sehr, sehr guten Zeit aus. Und eben der Battle Pass wird dann das Thema, weil der soll nochmal sehr, sehr viele Extrastunden bringen. Also in dem Interview, wo ich war, meinten die 75 Stunden über den Battle Pass. Also da bin ich schon, deswegen, ich bin schon sehr heiß drauf, da mal einen Screenshot zu sehen. Vor allem von der Premium-Variante. Ja, ja natürlich, ja, was dann da drin ist. Ja, Items, XP-Boosts oder ja, wer weiß, was ihnen da noch alles einfällt. Pferdeskins wird immer, wird immer der letzte, der letzte Stand vom Battle Pass sein. Man levelt die ja immer so hoch, bis dann das Coolste am Ende ist, damit du auch wirklich Stunden reingesteckt hast. Und da wird immer ein geiler Pferdeskin sein. Oder es ist ein neuer Skin für das Wolfsjunge drin. Ja! Ja! Ja, dann kann er es noch so ein Onesie tragen mit noch extra lustigen, mit so extra lustigen Öhrchen und sowas. Das ist doch, was wir in einem dunklen Diablo sehen wollen. Einhörner und Wölfe mit Onesies. Hm, okay. Bevor wir, gehen wir lieber schnell weiter. Ich habe eine sehr schöne Frage gesehen von Radeltruhe. Glaubt ihr, dass auch typische FOMO-Elemente reinkommen? Fear of Missing Out. Einzigartige, zeitlimitierte Events mit limitierten Belohnungen, die uns dann versuchen zu zwingen zu spielen. Also so wie es halt viele andere Online-Games auch machen. Nur diese Woche gibt es den Butcher da hinten in dem Dungeon, wo ihr nie hingeht. Weil ihr genau wisst, dass es ein doofer Dungeon ist, in dem man wieder Schlüssel sammeln muss. Aber jetzt kriegt ihr da eine besondere Belohnung. Jesse, glaubst du, die machen sowas? Genau die gleiche Frage ging heute weiter von mir. Man muss das vielleicht ein bisschen abgrenzen. Laut Blizzard soll es diese auf die Stunde getakteten Sachen nicht geben, aber übers Wochenende. Also es wird sicherlich so ein Event geben, wo es heißt, die nächsten drei Tage über das Wochenende drüber, so wie du sagst, hier auf dieser Eisfläche spawnen seltene Gegner. Da startet jede Stunde, zu jeder vollen Stunde ein Event, so wie es in Diablo Immortal ist. Also wir versuchen nicht so oft Diablo Immortal zu erwähnen, aber Diablo Immortal war auch so ein Test für diverse Mechaniken, die dann einfach in die vier übernommen worden sind. Und das ist auf sowas, also ich glaube nicht, dass es auf die Stunde geht, aber mit ein, zwei, drei Tagen, damit muss man definitiv rechnen. Und dann verliert man das. Also wenn du dann am Wochenende keine Zeit hast, weil du bist im Sommer in Urlaub, dann hast du das Event nicht dabei, dann hast du die Items daraus nicht und die Ressourcen nicht. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Glaubst du, dass es auch für die Weltbosse gilt in irgendeiner Form dann? Weil wir haben jetzt in der Beta diesen Weltboss gesehen, der irgendwie um Mai 19 und 21 Uhr nur gespawnt ist, sodass man sich halt so MMO-typisch verabreden musste. Glaubst du, da machen sie das auch, dass sie so Weltbossevents machen? Oder weiß man überhaupt schon Näheres drüber, wie die spawnen, wann die spawnen? Offiziell haben sie sich dazu nicht geäußert, aber es wird wahrscheinlich stark in diese Richtung gehen, weil es gibt ja einen 30-Minuten-Timer für die Ankündigung, wann der Boss kommt. Jetzt wäre natürlich noch die Frage, wie oft das passiert. Aber es kann schon mal sein, dass es dann heißt, der Worldboss, so wie wir jetzt hier den hatten, den gibt es am Samstag fünf, sechs Mal. Also es wird sicherlich so Zeitbereiche geben, weil die werden wahrscheinlich nicht dauerhaft kommen. Weil es soll ja auch ein Anreiz sein, dass die Leute sich einloggen, weil da geht es dann wieder um die Statistik bei Blizzard, wie viele Leute haben sich täglich eingeloggt und so. Und ich glaube auch, dass das ein ganz großer Grund ist, warum sie die MMO-Aspekte reinbringen, damit die Leute regelmäßiger ins Diablo schauen und mehr zu tun haben, neben den reinen Grinden. Mhm. Ja, glaube ich auch. Ich möchte an der Stelle ein Plädoyer halten. Und zwar eines, das mich vielleicht unbeliebt macht, vielleicht auch bei Kollegen von mir, die gerade im Flugzeug sitzen, in den Urlaub. Aber eine Sache, die ich zumindest jetzt in der Beta, vor der ich viel mehr Furcht hatte, als sie sich letztlich herausgestellt hat zu sein, ist die Shared World. Also, dass man zusammen mit anderen Leuten, mit anderen Spielerinnen und Spielern in dieser Welt unterwegs ist, weil es war ja jetzt eine Beta, die, ich glaube, was haben sie gesagt, über eine Million Leute schon gespielt haben. Also, wo man sagen kann, die Welt war schon jetzt ordentlich bevölkert, die Server waren ordentlich bevölkert. Ich fand's nicht störend, muss ich ehrlich gestehen. Also, wenn man so in der Wildnis unterwegs war, was eher sogar mal nett, wenn du irgendwo über so ein Event am Wegesrand gestolpert bist, so die typische Karawane, die angegriffen wird, oder irgendwie ein Schrein, wo man Monster in so Radiuskreise locken muss und sie dann in der Nähe der Schreine halt irgendwie niedermetzeln, damit die irgendwie sich mit Monsterschreinenergie füllen und dann die Belohnung halt irgendwann da dir ausgegeben wird. Also, so kleine Events. Und wie schön ist es dann, da vorbeizulaufen und da steht schon jemand und dann macht man das halt gemeinsam. Alle kriegen die Belohnung, man geht wieder seiner Wege und, ähm, und alles ist gut. Also, ich fand, es hat sich für mich nicht so angefühlt, was ja echt eine große Befürchtung war, wie so eine überlaufende Welt, wo dann 300 Leute in so eine Festung reinrushen, die man irgendwie, äh, die man irgendwie befreien kann. Und du denkst so, warum bin ich jetzt eigentlich hier, ne? Also, zumal mir die Story ja noch sagt, äh, du spielst hier eine wichtige Rolle bei der Rettung Sanktuarios, aber die anderen 300 Leute um dich rum, die natürlich auch. Das ist ja so das typische MMO-Phänomen. Fand ich nicht, also, war nicht so. Wo halt viele Leute stehen, ist in den Hubs, ne? Also, bei den Questgebern in den Städten, ja, das kann sich halt ein bisschen störend auf die Atmosphäre auswirken, wenn dann jemand sagt, seit Monaten hat mir niemand geholfen, meine Frau zu retten. Und dann stehen da halt sieben Dudes um ihn rum und so, ja, wir haben die Quests halt gerade erledigt, ne? Das ist halt dann irgendwie, macht's ein bisschen unglaubwürdig. Aber insofern bin ich eigentlich okay. Also, das ist auch eine, ein Grad an MMOigkeit, der für mich okay ist. Es ist fast schon ketzerisch, schon Gamestar zu sein und das zu sagen. Leia, wie geht's dir damit? Ich denk grad nur, one of us, one of us. Nee, ich find's, ich find die Shared World wirklich geil. Also, ich bin auch davon überzeugt, dass die Shared World wirklich das sein wird, was uns vor allem Diablo, was Diablo 4 so groß machen wird. Also, ich bin, wie gesagt, davon überzeugt, es ist das größte Game oder es wird das größte Game, was wir jetzt dieses Jahr bekommen, bin mir nach der Beta noch sicherer. Wir haben ja jetzt ein bisschen viel über die negativen Aspekte gesprochen oder unsere Bauchschmerzpunkte. Aber die gerade, gerade die Shared World ist für mich eine der ganz, ganz, ganz großen positiven Punkte. Denn da passiert Community. Das ist, ich würde nicht bei meiner MMO arbeiten, wenn ich nicht so eine riesige Faszinierung hätte für Communities und diese Dynamiken, die sich dann in Spielen ergeben. Denn genau das, was du beschreibst, das liebe ich ohne Ende. Wenn du einfach über so eine Karte streifst und du siehst da einfach jemand anderen und siehst den vielleicht mal Leute wegschnetzen und denkst dir, boah, der hat irgendwie einen coolen Bild. Also, was der da gerade gemacht hat, die Waffe, das sah ja schon ganz interessant aus, ne? Das macht so ein Spiel für mich so lebendig, weil Menschen sind auch immer so ein, so ein Faktor, den kannst du nicht einkalkulieren. Und das heißt, wir werden bestimmt auch irgendwelche Storys haben, wo sich Leute dann in Diablo treffen und irgendwie auch einfach Quatsch zusammen machen. Gleichzeitig den gleichen Tanzspam und choreografieren und solche Geschichten. Das passiert halt in Shared Worlds. Und wo ich zum Beispiel auch sehr viel Spaß dran hatte, ist, gerade auch in den, in den Towns ist, in der Beta war es mir egal, wenn dann mein Inventar zu voll war und ich schnell weiter wollte, dann habe ich auch einfach mal Loot auf den Boden geschmissen. Und dann kamen schon immer Leute angerannt wie die Geier und haben so geguckt, oh mein Gott, was liegt da, was liegt da, was liegt da, was hat sie werfen fallen lassen? Und das sind einfach so kleine Elemente, wo ich das, diese kleinen Zufälligkeiten, die wirklich nur durch andere Menschen entstehen können, die liebe ich einfach ohne Ende an solchen Spielen. Und das, das macht's für mich dann auch aus. Und dieses Ding mit, ja, und ich will ja hier so meine eigene Story erleben, ja, dann spiel halt einen Singleplayer, sorry. Ich sag's einfach mal so. Ähm, das, was sie ja trotzdem auch gemacht haben, ist, dass dein Charakter ja auch in den Cutscenes drin ist. Das gibt dir dann schon wieder so ein bisschen das Gefühl von, ich hab hier den besonderen Held und auch mit so ein bisschen Customization. Ich geh auch zu 100 Prozent davon aus, dass wir Zusammenschnitte sehen werden von Leuten, die sich die albernsten Kostüme überhaupt anziehen. Und dann in diesen megadramatischen Cutscenes sind und so, hups, vielleicht hätte ich vorher mein Outfit wechseln sollen. Hö, hö, und hier geht's jetzt gerade viral auf Twitter und Twitch und so. Also, ja, ich liebe die Shared-Welt und ich bin happy, dass sie dich überzeugen konnte, Micha. Ja, jetzt muss Jessie da Öl ins Feuer gießen und widersprechen, sonst wird das zu harmonisch. Sonst wird das zu harmonisch, aber man kann das wirklich abkürzen, Lea hat recht. Ich dachte nicht, dass ich das genau so sage, aber es ist genau so. Also, Lea hat absolut recht, die Shared-Welt war ein riesiger Kritikpunkt von mir, weil das halt für Diablo super ungewohnt ist. Aber man muss Diablo 4 auch ein bisschen als Weiterentwicklung sehen. Und das kommt sehr stark oder es hängt sehr stark davon ab, wie dicht bevölkert das ist. Also, wie viele andere Leute sehe ich? Du hast schon gesagt, also, laut Blizzard war jetzt gut eine Million in der Close-Beta am Spielen. Also, die Dörfer waren voll, weil wir spielen ja alle in der gleichen Welt. Aber es wird halt so instanziert, dass ich maximal vielleicht in der Stadt mal fünf bis zehn andere sehe. Beim World Boss siehst du dann mal zwölf. Und wenn du hin und wieder zwei Stunden alleine unterwegs warst und du machst dann am Wegesrand eine Quest und da kommt dir wer zu Hilfe, weil der Schwierigkeitsgrad auch nicht ohne war, sage ich mal, dann freust du dich halt drüber. Also, der Aspekt konnte mich mittlerweile gewinnen, dass ich sage, ja, okay, es war eine gute Idee, das so mitzunehmen. Also, wie es dann bei BVB wird, müssen wir uns noch anschauen. Und wenn es hoffentlich nicht zu dicht wird, du möchtest halt nicht das haben, was man vielleicht aus World of Warcraft kennt, bei einer Buggy Quest, dass sich eine Schlange bildet und 500 Leute vor dir stehen. Oder eben bei Lost Ark, dass du so eine Dichte hast, dass du deinen Charakter nicht siehst, weil einfach bei dem Boss 100 Charaktere stehen. Oder bei World of Warcraft, wenn du den Flugmeister anklicken möchtest, aber da sind so viele Gegner oder so viele Mitspieler, die drüber sind, dass ich den nicht anklicken kann. Und das wird es, glaube ich, bei Diablo 4 nicht geben. Also, solange das überschaubar bleibt und wenn man sich in eine Gruppe einlädt, dann kommt man eh zu den anderen, war das eine schlaue Idee. Und ich glaube, es wird auch Diablo 4 erstens mal die Zielgruppe erweitern und es wird sehr, sehr viele Leute deutlich länger in dem Spiel halten, als rein, dass wir machen eine Vierergruppe auf, wir laufen jetzt 17 Stunden den gleichen Rift, weil das ist am effektivsten. Sondern ja, man kann auch fairerweise dazu sagen, man steht ja dann auch in der Stadt mit seiner erfarmten Ausrüstung, mit seinem wundervollen Reittier, was man über den Shop noch kosmetisch aufgehübscht hat. Also, da kann man sich dann natürlich vor die Stadt hinstellen und wenn die Leute raus oder reinlaufen, bleiben die dann halt stehen und denken sich so, warum brennt das Pferd und warum sieht der so heftig aus? Und natürlich kannst du den inspizieren und dir das dann anschauen. Also, ich glaube, das wird auch ein wichtiger Punkt werden. Bling-Bling ist immer der wichtigste Punkt. Ich will direkt so ein Button, wo ich einfach, wenn ich jemanden sehe, anklicken kann, ich möchte alles kaufen, was die Person hat. Und dann direkt in den Shop klickst du alles im Bahnhof. Genau so ein Buy-Button, dass du dann gleich im Shop alle Sachen aufgelistet hast und du mit einem Klick genau das Gleiche kriegst. Das kommt mir ganz sicher. Wir hätten dieses Spiel monetarisieren sollen, Blizzard. Ja, das habt ihr jetzt davon. Das Einzige, was mich vielleicht in dem Zusammenhang, was Shared World angeht, noch ein bisschen, na, ich will nicht sagen ärgert, ich glaube, es sind halt einfach vielleicht auch notwendige Werkzeuge, die man sich da so an die Hand nehmen muss, um halt Leute dazu zu bringen, ja, auf dieses neue, dieses neue Gemeinschaftsgefühl sich besser einzulassen, was ein Diablo 4 erzeugen soll, sind halt diese Emote-Quests. Ja, wo es dann halt heißt, geh zu dem Schrein und zeige ein Danke-Emote. Oder geh irgendwo hin und mach eine Warte, ein Warte-Emote. Ja, das ist sehr schwierig. Das ist äußerst, äußerst schwierig. Also eine halbe Stunde durch die Map laufen, um sich vor einem Schrein hinzuknien, um dann 500 XP zu kriegen. Ja, das ist nicht so der Spirit. Also ich bin auch kein Fan von diesem Rad, das aufgeht, wenn man E drückt. Das, ja, lassen wir es mal so stehen, lassen wir es. Vielleicht gehört das einfach dazu, aber das holt mich weniger ab. Also es gibt auf jeden Fall ein paar Grenzen. Das ist das Wichtigste. Das kann ich nicht so stehen lassen, das kann ich nicht so stehen lassen. Ist dir dann auch aufgefallen, dass wenn du vor einem Hund stehst und das Winky-Emote machst, dass du den Hund streichelst? Was? Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Und bei Katzen auch? Bei Katzen auch? Bei Katzen, die das getestet hat. Nein. Nein, dieses Spiel ist gerade so viel besser geworden. Ich habe jetzt gerade noch jemanden im Chat auch gesehen, der gesagt hat, oh Mensch, man kann die Hunde in der Stadt nicht streicheln. Und genau so ging es mir auch, als ich zum ersten Mal in so ein Dorf gekommen bin, wo halt so ein Hund rumläuft, dachte ich mir, den kann man sicher streicheln. Oh, geht nicht. Nein. Hättest du mal meine Nummer gelesen. Die haben an alles gedacht. Ja, jetzt ist es quasi, jetzt ist es gekauft. Nein, Quatsch. Aber ich finde das Emote-Rad wirklich super. Also ich hätte auch ohne diese Quest, hätte ich gar nicht gecheckt, dass es das gibt. Zumindest nicht ohne die erste Quest. Und dann war so, oh, es gibt ja Emotes. Und dann, naja, wurden die halt auch einfach wild gespammt. Und ich weiß nicht, das gehört irgendwie auch zu dieser MMO-Erfahrung mit dazu. Also wenn ich die Shared World schon überzeugen konnte, Jessi, irgendwann, irgendwann wirst du auch da sitzen. Irgendwann das Emote-Rad. Wie schön, dass ich das Emote-Rad habe. Ganz genau, Gott sei Dank. Und man kann auch immer weiterdrehen. Es gibt noch so viele leere Plätze. Da gibt es noch so viel Potenzial. Ja, eben. Auch noch Emotes vor deinem Pferd gibt es bestimmt auch noch, die du dann auch kaufen kannst. Ganz spezielle Emotes. Dass dein Pferd dann irgendwie noch sich so hochstellt und so oder sowas macht. Das wird es auch noch geben. Tänze werden hier vorgeschlagen. Das könnte natürlich schon wieder cool sein. Okay, ja, vielleicht. Schauen wir mal. Ich will gerade, wenn du da natürlich mit dem Schlachtrost bist und das dann vielleicht einen Sprung machen kann oder so, damit gleich jeder beeindruckt ist. Also ein bisschen angeben muss natürlich sein. Also das könnte dann, vielleicht hätte das noch Potenzial. Ich glaube, die Mounts werden echt. Also ich dachte mir wirklich zuerst, Mounts in Diablo 4, also Reittiere, sind doch komplett fehl am Platz. Aber die Laufwege sind teilweise so hoch, dass du dich richtig freust. Also ich hätte gerne in der Beta einen Reitier gehabt. Hätte der gern sein gehabt, oder? Level 15 sollte gehen, haben es extra rausgepatcht. Ja, absolut. Laufwege. Hey, du gehst hier meine Notizen durch. Die Laufwege fand ich, also für die Beta selber, fand ich es noch nicht so schlimm, weil ich mir dachte, okay, da erkundest du ja dieses Gebiet eh zum ersten Mal. Das ist ja auch theoretisch mein erster Charakter, den ich da jetzt spiele. Dann ist es noch okay. Aber wenn ich mir dann vorstelle, erstens bis Level 15 musst du ja dann trotzdem zu Fuß sein. Also wenn eine neue Season kommt und ich fange einen neuen Charakter an, ist es wieder sehr viel Lauferei möglicherweise, die mich da erwartet. Und ein wichtiger Teil vom Endgame sollen ja diese Albtraum-Dungeons sein, wo du Schlüssel findest für bestimmt Dungeons. Die denen dann irgendwie Modifikatoren verleihen zusätzlich, ne? Dann sind da halt irgendwie, die Monster machen zusätzlich Blitzschaden, aber du hast gleichzeitig eine Aura, die sie verbrennt oder whatever, ne? Also so kennt man ja auch aus Path of Exile so diese typischen Dungeon-Modifikatoren. Aber diese Schlüssel gelten halt dann doch nur für einen spezifischen Dungeon. Und wenn ich mir dann vorstelle, selbst wenn ich ein Reittier habe, wenn ich mir vorstelle, okay, ich muss dann noch mit diesem doofen Pferd über die halbe Karte reiten, weil die Waypoints, also die Wegpunkte, die man freischalten kann, diese Teleportpunkte, sind noch echt weit auseinander. Ich muss dann auch zu diesem Dungeon reiten, um da dann reingehen zu dürfen und zu looten, dann bin ich schon wieder innerlich im Nephilim-Portal, weil ich mir denke, nee, komm, dann mach ich doch, also ja, okay, es ist halt dann trotzdem, es ist lame, aber dann mach ich doch lieber in der Stadt irgendwie ein Portal auf und hau einfach kaputt. Ich dachte, du hattest keine Endgame-Beta gespielt. Ich sag nur, das ist meine Vermutung. Ah, okay, ja, dann vermute ich mal, ja. Und dass dann vielleicht der Anreiseweg zu einem dieser speziellen Dungeons länger dauert als der Dungeon selbst, da ist dann die Begeisterung auch ein bisschen weniger, sag ich mal. Aber was, wie Sie gesagt haben, also das mit dem Reittier, ich hätte das zuerst unterschätzt, ich habe es auch im Chat gelesen, die Map wirkt gar nicht so groß, man läuft sehr, sehr viel. Also sobald man das Reittier hat, es wird nur mehr genutzt. Also der näheste Wegpunkt, so wie du meintest, und dann reitest du aber teilweise trotzdem noch drei bis fünf Minuten, bis du dann wirklich dort bist und nur, wenn dich kein Gegner erwischt, der dich natürlich mit einem Schlag runterholt von dem Pferd oder mit einem zweiten. Also das kommt noch dazu. Man muss auch fairerweise das sagen, das hat man auch gesehen, es hat ja jede Klasse so einen Spezialangriff vom Reittier runter. Also das ist auch sehr, sehr cool, wenn du praktisch in die Gegner reinreitest und dann direkt mit dem Kampf starten kannst. Also es gibt ein ganz gutes Gefühl. Also das macht die ersten hundert Mal noch richtig gut Spaß. Ja, genau. Die ersten hundert Mal ist super, gell? Ist ja perfekt für Diablo die ersten hundert Mal, das ist Tutorial so mehr oder weniger. Erst dann geht es ja richtig los. Ich möchte gerne mit euch über Items sprechen. Ich möchte mit Ihnen über Items sprechen, könnte auch jemand sein, der sich in der Fußgängerzone anlabert, über die Itemization. Weil das etwas war, das auch sehr viel diskutiert wird jetzt, natürlich auf Basis dieser Beta, aber das schon vorher diskutiert wurde. Der Kern von dem Action-Rollenspiel ist das Loot, das du einsammelst. Und auch ein bisschen das Crafting, was sie drumherum bauen, um dieses Loot halt irgendwie noch upzugraden oder auch natürlich Eigenschaften anzupassen, wie es bei Diablo 3 mit der Mystikerin war. Und das ist ja das Herz oder sollte zumindest im Idealfall das Herz der Motivation sein. Immer neue Belohnungen, immer ein bisschen an der Bild friemeln, dass man guckt, okay, welche neuen Items kann ich jetzt wieder einsetzen? Wie könnte ich mich jetzt vielleicht auch, was den Spielstil angeht, nochmal ein bisschen verändern durch das, was ich wieder erbeutet habe? Jetzt haben wir es ja nur bis Level 25 gespielt. Das ist ja, wie gesagt, Akt 1. Das ist ja quasi immer noch das Tutorial, mehr oder weniger. Aber Jesse, kannst du einschätzen, ob diese Itemization in Diablo 4 sich belohnend anfühlen wird? Also hast du das Gefühl, die kriegen das vielleicht auch besser hin als in einem Diablo 3, was ja halt Superset-basiert war einfach? Einfach direkt abgekürzt und definitiv. Also weil du ja später nicht mehr stärker wirst, weil das Paragon gecappt ist und das ganze Leveln kannst du dich nur mehr bei Items verbessern. Und der eine Kritikpunkt, dass es wird ja gemunkelt, dass jetzt in der Testphase die Legendary-Drop-Rate erhöht war, weil da gab es ja auch sehr, sehr viele Items. Man muss sich ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, dass die Legendary die Qualität ist. Also man kann ja bei der Weltstatue sehen, es gibt da noch diese einzigartigen Gegenstände und ich glaube geheiligte oder ahnen Gegenstände, weil je höher die Weltstufe wird, also das ist auch das allererste Mal. Oder sagen wir mal so, nach Diablo 3, in Diablo 3 kann überall alles droppen, in Diablo 4, je höher der Schwierigkeitsgrad, umso besser die Drops. Und dann fühlt sich das auch ganz, ganz anders an. Also vielleicht mal ein bisschen vorgegriffen, da gibt es dann schon Items, die auch einen Grund liefern, vielleicht die ganze Skillung nochmal zu überarbeiten, weil das Item so mächtig ist. Also das haben sie definitiv sehr, sehr gut gelöst. Und auch mit dem Crafting, mit dem Okkultisten und dem Verzaubern kann man noch ein bisschen eingreifen. Ich denke, da werden sehr viele sehr viel Spaß dran haben, sofern man die Items auch findet, die man haben möchte. Das kommt ja immer nochmal dazu. Also bei den Legendaries ist es nicht so schwierig, aber wie gesagt, die anderen Qualitätsstufen droppen deutlich, deutlich, deutlich seltener. Also da reden wir schon von vielen Stunden. Also das fühlt sich dann auch an, als hättest du was geschafft, wenn dann so ein Item droppt wird. Das ist ja so ein bisschen der Kritikpunkt. Ich spiele jetzt fünf Stunden, habe 70 Legendary gelootet, ist nichts Besonderes. Aber vielleicht fünf, sechs Stunden und dann kommt dieses eine Item, da wird halt dann wirklich umgedreht. Also es wird auch auf der Karte markiert, da wird zurückgelaufen. Also so wie du vorhin sagtest, bei den Dungeons hast du es ja oft, dann läufst du beim Schlüssel vorbei oder du übersiehst einen Mob. Aber wenn da ein Stern leuchtet, dann nimmst du jeden Meter auf dich, egal. Und wenn dir am Anfang ist, ist dir das komplett egal, da wird noch überall hingelaufen. Also das ist ganz klar. Der Okkultist ist, glaube ich, auch ein gutes, tatsächlich einfach eine gute Idee, dass man da diese legendären Eigenschaften ja von Items extrahieren kann und sie dann entweder in andere Legendaries übertragen oder auch in gelbe. Also in, was ist gelb? Selten, glaube ich. In seltene Gegenstände, um dir halt da ein bisschen mehr an deiner Bild rumzubasteln. Ich fand nicht alle Crafting-Sachen aber irgendwie interessant. Es gibt ja auch diesen Alchemisten, bei dem du deine Trankzahl erhöhen kannst. Weiß ich für mich einfach wie ein ... Also wieso macht man das denn? Nicht deine Trankzahl, Entschuldigung, nein, die Wirkung, die Stärke der Heiltränke. Genau, du wertest deine Tränke auf. Das ist jetzt in der Beta, war es nicht so relevant, aber später werden die Bosskämpfe einfach so hart, dass du mehr Heilung brauchst, dass du darauf einfach angewiesen bist und auch eben die Tränke, weil es wird ja dann noch andere Optionen geben, um die Trankanzahl zu erhöhen. Und du bist einfach für jeden Heiltrank dankbar, weil die Kämpfe einfach so krass werden. Und da merkst du, ob du bereit warst, den Alchemisten, eben das hat so ein bisschen dieses MMO-Feeling, weil du musst ja Kräuter einsammeln und das und das einsammeln, damit du hier alles mitnimmst. Und das macht sich dann aber auch belohnt. Also ich war am Anfang nicht ganz so begeistert, weil ich habe es nicht gefunden. Ich reite eben bei den Wegen oft gern vorbei oder laufe vorbei und denke mir, war da jetzt ein Strauch, hätte ich den anklicken können. Aber sie haben es schon viel besser gemacht, weil du lootest ja auch immer wieder so Kisten. Die schauen zwar nicht aus wie Kisten, aber die kannst du öffnen und dann fallen jede Menge Kräuter und so weiter raus und die trägst du zum Alchemisten und dann bist du schon wieder gut dabei. Also ist gut gelöst. Ja, ich fand einfach dieses Hochleveln des Heiltranks, dass, also ich verstehe eigentlich nicht, warum es diese Funktion gibt, es sei denn, das Spiel möchte mich halt in periodischen Abständen daran erinnern, weil du brauchst ja eine bestimmte Levelstufe als Voraussetzung, um demnächst besseren Heiltrang freizuschalten. Ich möchte mich in periodischen Abständen daran erinnern, dass es, ach ja, den Alchemisten ja noch gibt, ne? Und dass man da dann auch diese Tränke sich noch brauen kann, die deine Angriffsstärke erhöhen oder so was temporär, was natürlich jetzt in der Mitte keine Rolle spielt. Oder die XP erhöhen. Aha, richtig. Ja, es gibt beim einen, da stand zwar nur Ausweichen, aber wenn man weiterliest, stand Ausweichen und XP. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da auch zuerst nur Ausweichen gelesen und dann dachte ich mir so, dann hieß es halt auch aus dem Chat, warum nutzt du den XP-Trank nicht? Und ich so, wie, es gibt einen XP-Trank? Ich habe da doch nur was von Ausweichen. Ah, und 30 Minuten und ja, das geht. Ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher, weil es ist eine Weile her, dass ich Path of Exile gespielt habe, also bestimmt auch schon drei, vier Jahre, dass ich mal intensiver gespielt habe, aber da ist es doch auch so, dass man die Tränke aufwertet, oder? Na, du findest ja neue Flaschen in Path of Exile, die du dann einsetzen kannst mit neuen Eigenschaften. Ah, genau, weil es geht so ein bisschen nämlich in so eine Richtung, dass du halt die Tränke schon Eigenschaften zusprechen kannst. Ja, also, dass die Tränke ... Ich meine, in Diablo 3 gab es ja auch spezielle Heiltrank-Versionen, die dann jeweils noch mal irgendwie einen besonderen Nebeneffekt hatten. Keine Ahnung, wenn du einen Heiltrank nimmst, kriegst du noch ein Schutzschild oder so was, zumindest für kurze Zeit. Also, grundsätzlich diese Idee, die Heiltränke zu verbessern, finde ich schon ganz cool und dass sie mitwachsen sozusagen in deinem Abenteuer. Aber warum muss ich denn dafür den scheiß Alchemisten besuchen? Das nervt mich halt nur, weil es gibt ja keine Notwendigkeit für diese Mechanik an sich, es sei denn, es ist irgendwie der Versuch, dich halt noch mehr reinzuziehen in die anderen Sachen, die er machen kann. Also, dass Blizzard halt extra mich wieder in die Stadt zurücklenkt zu diesem NPC, um zu sagen, hey, schau doch mal, was er noch so kann. Vielleicht hat er neue Trankrezepte gelernt. Vielleicht kannst du da irgendwie was Neues brauen aus den komischen Pflanzen, die du eingesammelt hast. In der Stadt musst du ja eh ständig rumhängen. Also, für auch den ganzen anderen Kram. Also, es ist jetzt nicht der Punkt, der mich, sage ich, so gestört. Ja, okay, okay. Dann weg von diesem Alchemisten hin zum Skillsystem. Weil du hast es gerade erwähnt, dass ja das auch ein Teil der Kritik war, dass natürlich dieses Skillsystem nicht unendlich riesig ist. Ich erinnere mich noch an den, na ja, relativ zum Anfang der Entwicklung, oder nicht zum Anfang der Entwicklung, aber als Diablo 4 halt noch nicht so lange angekündigt war, als sie diese riesigen Skillbäume, die auch aussahen wie Bäume, gezeigt haben auf Bildern und gesagt, jetzt gibt's mal wieder richtig Charakterentwicklung, nachdem es in Diablo 3 halt alles über die Runen geregelt war und du die Skills automatisch bekommen hast. Und jetzt ist es aber doch eher eingedampft wirkenderer Skilltree wieder, mit nicht so vielen Fähigkeiten. Ich glaube, du musst 23 Punkte in diesen Baum investiert haben. Dann kannst du schon die Ultimate-Fähigkeit freischalten. Also das Stärkste, was es gibt, zumindest in diesem Baum, für deine Klasse. Ich weiß nicht, Leia, wie fandst du dieses Charaktersystem? Fandst du es motivierend, dich da durchzusteigern? Ja, tatsächlich schon. Ich hab jetzt eine Klasse gespielt, die mir selber eigentlich nicht so gut gefallen hat. Also ich hab den Barbaren gespielt. Ist normalerweise nicht so mein Ding, aber ich will eh eigentlich nur den Druiden spielen. Ich will nichts anderes als den Druiden und warte sehnsüchtig einfach darauf. Und dann hab ich gedacht, okay, dann spiel ich jetzt einfach was, was normalerweise nicht so mein Style ist. Der war ein bisschen ... Ja, der hat ein bisschen gebraucht, um ins Rollen zu kommen. Aber was ich ganz cool finde an diesem System ist tatsächlich, dass du schon dann relativ früh dann auch so eine Ultimate-Fähigkeit dann freischalten kannst, weil es dann schon relativ schnell spannend wird mit deinem Charakter. So, oh cool, ich hab jetzt schon so ein Ultimate-Ding. Und du baust dich ... Also dann auch so dieses Runtergehen und Gucken, okay, und was geht dann und was geht dann und wo könnten da Synergien sein? Doch, das hat mir schon Spaß gemacht. Ja, Jessi, wie ist es bei dir? Ja, ich fange jetzt mal ein bisschen vorsichtiger an. Der Skillbaum, also auf den ersten Blick sieht es nach relativ wenig Talenten aus, weil du hast ja immer so einen Knoten, wo dann ein paar weggehen und dann geht es noch ein bisschen weiter. Dann kannst du dich noch ein bisschen tiefer in ein Talent reinsteigern. Das ist für einen guten Überblick und zum Einstieg und auch, dass man sehr früh sehr weit in den Talenten kommt, weil man konnte ja jetzt schon fast mit Level 25 ganz runterskillen. Ist das schon sehr gut, weil du kriegst ein dynamisches Spielgefühl. Es gibt ja auch noch diese einzigartigen Klassenfähigkeiten, die man mit einer Klassenquest freischaltet, was dann auch teilweise mit den Skills interagieren. Also der Kritikpunkt, dass das noch wenig ist. Ich sage mal, jetzt ist es so wie in Diablo 3, ganz blöd gesagt. Also ein Skill, ein bisschen tiefer, noch ein paar Extrapunkte, vielleicht ein bisschen weiter. Aber die gesamte Tiefe kommt dann mit Level 50, wenn sich das Paragon Board offenbart, sage ich mal. Und die Feature, die mit dem Paragon Board kommen, die auch in dieser NDE-Beta waren, wo man dann schon wirklich sieht, okay, für einen Diablo wird es jetzt aber eigentlich schon kompliziert. Also das muss man hier ein bisschen im Hinterkopf haben. Man hat ja nur einen kleinen Teil gesehen. Und mit dem Paragon Board kommt nochmal eine ganz andere Tiefe rein und mit den Optionen, die man dort hat. Es wird kein Pass of Exile. Also der Pass of Exile Skilltree ist ja so der Todesstoß unter den Skillbäumen. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn du jemandem sagst, hey, das Spiel finde ich ganz gut. Was ist das? Pass of Exile. Dann sagst du, dann drückst du P, dann geht der Skillbaum auf. Nee, danke, interessiert mich nicht, weil es halt wirklich so komplex ist. Also es ist gut gelöst und ich glaube, es geht auf einen sehr, sehr guten Weg hin. Vor allem, wenn dann das Paragon aktiv wird. Also da kommt schon noch viel Tiefe mit rein. Und da findet sicher jeder seine Skillung. Und dadurch, dass man keine Sets hat, zumindest nicht zum Anfang, ist auch nichts vorgegeben. Also das ist auch wieder mal ein frisches Erlebnis in einem Diablo 4, wo man jetzt nicht sagt, das ist die Stardustkillung, das ist der Bestbild. Das wird sich natürlich wieder ein Meter und ein Bestbild rauskristallisieren. Kommt sowieso immer, das wird dann über irgendwelche Kalkulatoren ausgerechnet. Aber im Endeffekt, man kann mal das spielen, was man möchte. Und wie du es vorhin gesagt hast, mit den Okkultisten hast du auch die Möglichkeit, die Affixe runterzuziehen, auf deine gelben Items zu ziehen. Also ich glaube, dass man da sehr, sehr viele Stunden sehr viel Spaß haben wird. Ich fand es jetzt von dem, was einer der Kritikpunkte ist, die Skillung zu wechseln. Weil du kennst vielleicht in Diablo 3 noch diese Rüstkammer, da kannst du deine Skillung abspeichern mit deinen Items. Aber hast du mal probiert in Diablo 4, vielleicht dann, wenn Lea den Druiden spielt, wenn du dann einen Wehrwolf-Druiden oder so machst und du möchtest komplett wechseln, musst du alles händisch komplett ändern, alle Items ausziehen. Also das wird sehr, sehr schwierig. Das kann ich mir aber gut vorstellen, dass sie das noch einbauen. Einfach so Skillsets einfach prädefinierte, die man halt sich anlegen kann, um sie dann schnell wieder wechseln zu können. Und ich bin so froh, dass du das gerade alles gesagt hast, weil genau das ist ja meine Hoffnung. Ich weiß, ich bin hier die Negative Nancy die ganze Zeit, die nur sich beschwert über Dungeons und Laufwege und alles, was ich noch so gesagt habe jetzt in dem Gespräch. Aber grundsätzlich, erstens, bin ich auch ein großer Fan davon, wie sich einfach die Kämpfe anfühlen natürlich in Diablo 4. Dieser Flow, der sich da rauskristallisiert, ist super. Ich habe das super gerne gespielt. Und meine Hoffnung ist genau das, was Jesse gerade gesagt hat, dass ich, je weiter ich komme und je mehr ich einfach an Optionen und Möglichkeiten freischalte, inklusive der Klassenfähigkeiten, dass ich immer mehr anfange, dann an meiner Build, an meiner Heldenschablone da einfach zu experimentieren und ein bisschen zu friemeln und ein bisschen zu drehen und zu gucken, okay, was passiert denn jetzt, wenn ich meinen Zauberer irgendwie wechsle von Feuer auf Blitz, weil ich gerade ein Legendary gefunden habe, was irgendwie irgendeine bestimmte Blitzfähigkeit verbessert. Oder dass häufiger diese, ach Gott, wie heißen die, diese Knisterbollen da droppen, die dann halt von mir aus Blitze auf alle Gegner überspringen lassen. Ne, was passiert denn, wenn ich meine Build jetzt darauf ausrichte, auf Basis von einem neuen Item? Und dann kommt noch die Klassenfähigkeit dazu, als Zauberer sagen zu können, na ja, auf Stufe 15 und 30 schalte ich halt zwei Passivslots frei, in die ich noch Zauber rein slotten kann. Also wenn ich eine Hydra reinsetze, dann erscheint noch eine weitere Hydra jedes Mal, also immer dann, wenn ich 300 Mana-Punkte verbraucht habe. Also drei volle Mana-Kugeln sozusagen. Und ey, wie cool, ist einfach da nochmal ein schöner Bonus-Effekt. Was könnte ich aber jetzt da austauschen, vielleicht für coole Blitzeffekte. Und was kann ich dann vielleicht in diesem Skillbaum noch irgendwie zusätzlich an Sachen freischalten für mein Ultimate, für den Blitz-Ultimate, dass der dann noch, wie heißt das, dass der dann noch zufällig weitere, also ich kann eine Fähigkeit freischalten, die dann zehn Sekunden lang zusätzlich noch weitere Blitzzauber auslöst, wenn ich einen Blitzzauber einsetze. Also du kannst halt so eine riesen Kaskade dann da ablassen an Blitzfähigkeiten. Ist, glaube ich, noch nicht so ideal gebalanced, ne? Ist auch noch so eine Frage, so Balancing. Aber ist ja auch eine Beta, da ist es ja vollkommen okay, wenn Sachen absolut OP sind, wie die Hydra und der Kettenblitz vom Zauberer. Aber so grundsätzlich, genau das ist, was ich will. Und wenn da noch das Paragon-Brett kommt und ich kann da noch Edelsteine einsetzen, die irgendwie nochmal vielleicht Fähigkeiten verändern oder bestimmte Dinge halt auf jeden Fall nochmal eine Variable hinzufügen, das ist mein Diablo, das spiele ich, wenn es die entsprechende Tiefe hat und die entsprechende Vielfalt hat, dann in der Itemization und in diesem Charaktersystem, da spiele ich, bis Diablo 5 kommt. Du hast ja die Punkte genau notiert, oder? Nee, tatsächlich nicht. Achso, mit Hydra und 300 Mana und so dachte ich mir, das hast du wahrscheinlich aufgeschrieben jetzt hier aus der Beta. Nee, tatsächlich nicht. Ja, das habe ich immer im Kopf. Ja, das habe ich gespeichert. Also es ist schon für die finale Version dann, damit du genau weißt, wie das geht. Aber du hattest recht, also wenn du natürlich dann das Item findest, weil es gibt ja für Hydra noch ein Item, dass du zweimal Hydra setzt, dann macht es natürlich auch absolut Sinn, da umzubauen. Und dann mit dem Paragon-Board und mit anderen Items, da kommst du schon so tief in deine Skillung rein, dass man da wahrscheinlich doch eine Stunde in der Stadt steht und sich nur überlegt, wie könnte ich jetzt was zusammenbasteln, damit das am Ende gut funktioniert. Ja. Ich finde sogar, dass es eigentlich jetzt schon sogar bei diesem ganz kleinen Limitierten in der Beta sehr viel Spaß gemacht hat, zu experimentieren mit den Builds. Wie gesagt, der Barbar hat mir an sich jetzt nicht so viel Spaß gemacht, weil ich möchte meine Barbaren Bärbel jetzt auch nicht ärgern. Ich hatte eine gute Zeit mit ihr. Aber da habe ich auch schon einfach so ein bisschen rumexperimentiert und auch einfach mal die Skills wieder zurückgesetzt, um einfach so zu gucken, wie funktioniert denn das? Wie funktioniert das? Habe also erst auch so ein AOE-Bild dann gehabt mit dem Beyblade-Wirbelwind, was halt sehr viel Spaß gemacht hat in Mobs. Und dann hast du halt gemerkt, okay, für die Bosse ist diese Bleeding-Mechanik doch ganz cool. Habe dann wieder auf Bleeding umgeskillt und du hast dann auch wirklich schnell einen Unterschied gemerkt. Also, dass es schon echt einen großen Unterschied einfach macht, wie du skillst. Und das finde ich immer cool, wenn du wirklich merkst, das hat einen Impact, wie ich mich entscheide in meiner Skillung. Aber ich kann mich halt auch jederzeit neu entscheiden, was ich jetzt halt damit mache oder nicht. Und ich sehe das halt so, wie du, Micha, hast, dass es irgendwie, je weiter ich dann in meinem Kopf auch denke, ja, und wenn du dann halt die Items hast und dann kannst du vielleicht auch noch eben die bestimmten Fähigkeiten darunter nehmen und auf deine bestimmte Skillung dann wieder anpassen, das hat schon Spaß gemacht. Und auch sowieso der Kampf-Flow, den finde ich auch fantastisch. Was mich auf jeden Fall noch interessieren würde bei euch dreien, ist Rolle gegen diesen Ausweichschritt. Also, ihr habt ja in Diablo 3, ihr habt ja die Rolle, die ich hauptsächlich auch zum Laufen benutzt habe. Ich vermisse sie eigentlich vor allem zum Laufen, aber jetzt habt ihr ja diesen dynamischen Dash quasi. Was gefällt euch besser? Kann das sein, dass man die Rolle nur auf der Konsole hat? Oder verwechsel ich da gerade? Okay, das ist eben, ich kannte das nicht und ich bin jetzt ganz ehrlich. Ach so, stimmt. Am PC hast du es nicht und ich vergesse immer wieder, dass ich Space drücken kann, um auszuweichen und bin deswegen schon super oft gestorben, weil als reiner PC-Spieler kennst du das nicht und denkst dir so, hey, warum hast du das nicht? Ah ja, genau, da gibt es ja was. Deswegen, ich bin schon sehr dankbar für diesen Ausweichschritt, eine Rolle wäre mir aber lieber. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, ich glaube, eine Rolle wirkt dynamischer, weil dann rollst du bei den Gegnern weg. Ja, finde ich auch. Also die Rolle ist in den Konsolen-Versionen von Diablo 3 die beste Neuerung gewesen ever, ja, der Diablo 3-Geschichte, weil es sich damit eben, wie du sagst, so viel dynamischer angefühlt hat. Einfach, du kannst ja auch in die Kämpfe reinrollen, ja, und dann halt draufkloppen und wieder rausrollen und so was. Plus, weil Diablo 3 ja auch auf den hohen Levels ein Spiel ist, wo halt Movement super wichtig ist, ist also einfach zu gucken, okay, wo kann ich mich jetzt gerade in dem Moment hinbewegen? Hier ist Gift auf dem Boden, da drüben ist irgendwie Feuer auf dem Boden, da war man irgendwie Blitze rum, ne? Wo ist denn hier mein Safe Space? Und dann halt einfach hinhechten zu können und schnell irgendwas, weiß ich nicht, irgendeinem Gebietsflächenschaden ausweichen zu können. Super. Also wirklich coole Sache. Ich finde aber den Ausweichschritt jetzt auch nicht so schlimm. Also es passt schon. Ich fand ihn ein bisschen zu wenig raumgreifend, aber man kann ja dann Items finden und Schuhe finden, die den irgendwie verdoppeln. Also dann kannst du halt zweimal so einen Ausfallschritt schnell machen und dann kommst du weiter weg. Also der Ausfallschritt, der macht es tatsächlich taktischer. Also ich habe das total vergessen, dass es das auf dem PC gar nicht gibt, weil ich spiele Diablo 3 immer nur auf der Konsole. Und wie gesagt, ich benutze sie vor allem sehr viel einfach nur zum Laufen. Weil ich immer das Gefühl habe, dass ich dann ticken schneller unterwegs bin. Und ja, das, was du halt hast mit dem schnell malen Kampf reinengagen, wieder raus und so, das kannst du halt mit diesem Dash noch viel zielgerichteter machen, ist mir aufgefallen. Also du hast eine sehr viel dynamischere Version, um auch Gegner mal zu kiten oder einfach, ja, dich strategischer zu positionieren, habe ich das Gefühl. Also damit, ich bin da mit dem Gedanken noch nicht ganz fertig, weil ich da während der Beta so ein Stückchen mit rumexperimentiert habe. Aber ich finde den Dash tatsächlich um einiges taktischer, weil die Rolle doch etwas, weiß ich nicht, vom Gefühl her nicht ganz so, ja, wie soll ich sagen, fokussiert ist. Es kommt auch scheinbar ein bisschen darauf an, wie man es spielt. Einfach, weil ich lese auch gerade hier im Chat, als Magier kaum genutzt. Ich habe Magier gespielt und bin ständig rumgesprungen, als ob es kein Morgen gäbe, insbesondere in Bosskämpfen. Und es kommt auf die Klasse an, welche Animation sie abspielt. Der Rogue rollt. Also der Jäger rollt noch, wie sich es gehört. Es ist ja auch ein Rollenspiel, das wollen wir nicht vergessen. Immer noch, wenn auch ein Action-Rollenspiel. Ignoriert den Scherz einfach an der Stelle. Der letzte, den letzten Punkt, den ich gerne noch anschneiden würde, ist, Diablo fängt ja erst an, wie wir alle wissen, wenn die Story einmal durchgespielt ist. Also wenn man erst mal den ersten Schwierigkeitsgrad, die erste Weltstufe, und nein, wenn ich das sage, meine ich eigentlich die zweite Weltstufe, weil die erste ist ja so der Easy-Mode, dann kommt der Veteranen-Modus als zweite Weltstufe, und dann kommt eben Weltstufe Nummer drei, Albtraum, und Weltstufe Nummer vier, so war es zumindest jetzt in der Beta, an der Umschaltstatue zu sehen, wo man die Weltstufe ändern kann, also die Schwierigkeitsgrad sozusagen ändern kann, dann kommt Weltstufe vier, Qual. Und ich dachte mir so, Moment mal, da fehlt doch eine. Früher gab es fünf Weltstufen in den Versionen, die wir schon spielen konnten, nämlich natürlich eins, leicht, Veteran, Albtraum, Hölle, Qual. Also Qual war die höchste, wie es jetzt immer noch ist, aber dazwischen war halt noch Hölle und Albtraum dann halt als Stufe drei. Und das haben sie offensichtlich gerebalanced. Sie haben da auch die, teilweise wie die Items droppen auf den einzelnen Weltstufen verändert, weil jetzt einzigartige Items, also Uniques und heilige Items, also zwei der höheren Stufen, der Itemstufen, die droppen jetzt schon auf Albtraum und auf Qual, also auf der höchsten Weltstufe, da gibt es dann eben auch diese Ahnen-Items, also dann die allerhöchste Stufe. Ich glaube, da hat nochmal hinter den Kulissen irgendwie ein bisschen ein Rebalancing angefangen und sie haben gemerkt, vielleicht ist es doch keine gute Idee, dann so viele Weltstufen zu haben, zumal man ja dann eine Weltstufe noch freischalten muss, indem man am Ende einen Boss besiegt in einem besonderen Dungeon. Also du musst noch am Ende eine Herausforderung bestehen, um so zur nächsten Stufe aufsteigen zu dürfen. Ich fand es trotzdem komisch, ja. Vielleicht kommt ja doch noch eine nach dann irgendwie in einer Season. Was meint ihr? Oder was meinst du, Jesse? Glaubst du, die haben dieses Weltstufensystem jetzt erstmal ein bisschen eingekürzt, damit sie später nochmal eins draufsetzen können in den Seasons? Da wären wir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, sie haben es einfach ein bisschen gekürzt, weil man hat es ja auch in Diablo 3 gesehen. Du hast 16 Qualstufen und wenn wir uns ganz ehrlich sind, nutzt du drei davon. Also einmal eben vom Leveln her, dann bist du ein bisschen Qual 1, Qual 2, dann hüppst du auf Qual 11 oder 12 und dann bist du nur mehr bei Qual 16. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen zu viele Unterteilungen, ist einfach auch nur verwirrend. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich glaube, das stand da jetzt gar nicht dabei, aber für jede Weltstufe, die du höher gehst, kriegst du ja ein 10 oder 20 Prozent Punishment. So wie wenn du im Pass of Exile Kitarra tötest, dann werden ja deine Resistenzen und so weiter reduziert. Und deswegen, glaube ich, als Vorbereitung haben sie da die Weltstufen so gemacht, weil, so wie du sagst, wenn du dann dreimal, viermal hoch gehst, dann hast du ja schon bei den normalen Gegnern richtig, richtig schwierige Probleme. Aber es bietet Potenzial, um mit Seasons erhöht zu werden. Aber ich glaube, am Anfang werden sie es mal so lassen, weil sie wollen die Leute auch nicht zu sehr zu verwirren. Und das sollte auch nicht so ein prozentuales Min-Maxing jetzt auf Weltstufen sein, weil dann heißt es wieder, ja, wir machen eine Gruppe aus vier Druiden, aber wir spielen nur auf Qual 1 oder 1 drunter, weil dann sind wir 60 Sekunden schneller pro Dungeon. Und das ist dann XP gegengerechnet. Also ich hoffe mal, dass sowas nicht der Fall ist, sondern dass jeder versucht, in die höchste Stufe zu kommen für das Potenzial der besten Items. und dass ich dann auch bei der Gruppenspiele, dass sich das nicht mehr auf diese super krassen Speedruns runterbricht. Also wo man dann sagt, ja, am effektivsten ist es, zwölf Stunden lang diese Kombination pro Tag zu machen mit deiner Stadtzeit. Also ich habe auch sehr viel Feedback bekommen, dass die Stadt vom Aufbau her, die Kiste ist zu weit weg vom Schmied. Weil du musst da ja in zwei Richtungen laufen und dann verlierst du ja eineinhalb Minuten. Also das wurde mir schon gefeedbackt, dass wenn man da an die Dungeons läuft, Moment, dann gehe ich in die Stadt, da muss ich erst dorthin laufen, dorthin laufen und dorthin laufen. Nee, nee, das geht gar nicht. Blizzard setzt die Kiste zum Schmied, verdammt nochmal. Also ja, das ist, wenn du dann darüber nach, natürlich, wenn du denkst, ja, bei den ersten 10 Runs ist das nicht so schlimm, aber wenn du 100 Runs machst, dann ist das halt wirklich bemerkbar. Ja, aber das ist doch genau, genau, das ist doch genau der Punkt, das ist genau das, was ich vorhin meinte mit Effizienz. Ein Diablo, das ist auch für mich der Unterschied zu einem MMO und nein, also zu einem Online-Rollenspiel, sag ich mal, und nein, da spreche ich nicht aus viel Erfahrung. Ich habe World of Warcraft gespielt eine Zeit lang, aber in einem Diablo will ich einfach nur schnell und effizient einfach durchgehen und möglichst schnell meine Beute abarbeiten, einsammeln, in die Stadt, zerlegen beim Schmied, zurück und weiter und mehr dann einsammeln, bis vielleicht dann irgendwann wieder coole neue Sachen droppen, die ich tatsächlich behalten möchte. Also, mir ist es auch, mir ging es auch so, ich habe das wieder total verdrängt gehabt, dass ich mir dachte, oh ne, jetzt echt wirklich zehn Sekunden zu der Kiste laufen. Das habt ihr jetzt davon mit eurer Open World, dass so eine Stadt auch wirklich aussehen muss wie eine Stadt, wo dann die Kiste irgendwie da oben steht in meinem Zimmerchen oder sowas. Ne. stellt sie mir doch bitte. Vielleicht können wir ja so einen kleinen Zeltplatz machen für die Leute, die dauerhaft farmen und da ist eben nur ein Schmied, das sind die vier Händler, die im Kreis stehen und eine Kiste in der Mitte und ein kleines Lagerfeuer und ein einzelnes Zelt und da bordet man sich immer hin und für Showcase geht es in die Stadt. Ja. Ja. Also ich denke übrigens, dass sie die Mehrstufen noch hinterher dranfügen werden. Also das ist einfach auch ein bisschen MMO-typisch, dass du zum Release hältst da eigentlich ganz gerne noch ein bisschen Content zurück beziehungsweise hast auch Content möglichst schon in der Hinterhand auf ein Jahr nach Möglichkeit, den du dann, also das muss eigentlich schon alles beim Release fertig sein, sonst funktioniert halt ein MMO nicht und ich denke, das ist halt so eine Sache, die werden sie definitiv noch mit dazu bringen. Ist aber dann auch eher immer so eine Frage von den Hardcore-Spielern, was wir oft so außer Acht lassen, wenn wir auch von diesen Sachen reden wie, oh, ich habe Feedback bekommen, dass Leute ein paar Sekunden dann da verloren haben. So, wir haben hier einen Gaming-Journalisten sitzen, der halt sehr tief in Diablo drin ist. Wir haben hier einen Diablo-Influencer sitzen und die Masse da draußen ist halt nicht so Hardcore und das vergessen wir in unserem Job immer ganz gerne. Das ist auch was, was ich unseren Autoren und Autorinnen immer ganz gerne mitgebe. Ja, das mag sein, dass du glaubst, dass das jetzt gerade das Wichtigste für die Community ist, wie du diesen 1% gerade noch erhöhen kannst, aber ich verspreche dir, wenn du diese eine Story bringst, die gerade eigentlich 98% der Spieler betrifft, dann wird das besser sein. Also wir reden hier wirklich gerade über Sachen, die nur richtige Hardcores betreffen und nicht die Leute, die sich dann abends casual dann mal zusammensetzen und aus meiner Sicht ein bisschen spielen und sich nicht so sehr daran stören, nochmal die Treppe hochzulaufen zur Kiste. Ja, aber super. Ich muss euch nochmal ein großes Kompliment aussprechen, wie ihr einfach schafft, die Talking Points hier auf meiner Liste durchzugehen, ohne sie zu kennen. Denn das ist der Letzte, der hier steht. Unterschiedliche Spielertypen und ihre Erwartungen an ein Diablo 4, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man über dieses Spiel redet. Du hast halt, glaube ich, sehr unterschiedliche Gruppen, die sich jetzt alle auf Diablo 4 vielleicht freuen oder Bock haben, das zu spielen, aber aus unterschiedlichen Gründen. Und die ersten sind halt so Hardcore-Lootrunner, die sagen, naja, aber für mich geht's halt um Beute. Ich will da reingehen und mit meinem Charakter immer stärker werden und im Idealfall halt dann noch dieses Bildpuzzeln haben. Also immer zu gucken, wie kann ich vielleicht meine Skillung noch mal ändern, was kann ich auf diesen Paragon-Brettern noch mal anders machen. Einfach um zu schauen, DPS hoch, ja, und am Ende hoffentlich irgendwie Spaß haben, im Endgame dabei immer stärkere Monster irgendwie zu brezeln oder immer stärkere Dungeons mit irgendwie gefährlicheren Modifikaturen zu schaffen. Nur wenn man schon die Qualstufen nicht mehr hochtreiben kann. Also ich hoffe, dass es im Endgame dann motivierend bleibt, trotzdem irgendwie noch auch Dinge zu schaffen, also irgendwas zu finden, wo man sagen kann, hey, das ist jetzt wieder ein neuer Prüfstein, wenn ich den schaffe, habe ich wieder ein gutes Gefühl. Keine Ahnung, was es dann sein könnte, ein Endboss, ein Weltboss Solo oder so. Keine Ahnung, aber das ist ein bisschen so die eine Gruppe. Die zweite Gruppe sind, glaube ich, Leute, die es bei Diablo auch schon immer gibt, einfach die die Story erleben wollen. Die cool ist übrigens, um das auch mal an der Stelle gesagt zu haben, also ich habe auch da wieder Kritik gelesen, hin und wieder, aber ich finde, was es atmosphärisch macht, was es von der Story her macht, diese Prämisse, die es hat mit diesem Konflikt zwischen Lilith und Inarius, den Eltern der Menschheit und wie die mit ihren Kindern umgehen und so, das ist sehr cool gemacht und sehr cool inszeniert, auch in den Zwischensequenzen, die du sehen kannst, wo dann auch dein Charakter hin und wieder mal zu sehen ist, wo du dann auch in den Story-Dungeons halt immer mal wieder kleine Sequenzchen hast, die da ablaufen, die du dir angucken kannst. Also, ne, ich glaube, die Story-Fans, das ist so Gruppe 2 und Gruppe 3 und ich glaube, das ist eine sehr große Gruppe, ist die Leia-Gruppe, also nicht, weil du dazugehörst, sondern weil du sie gerade sehr schön beschrieben hast, nämlich Leute, die da reinkommen und halt einfach eine gute Zeit haben wollen, dabei Monster zu plätten und ein bisschen zu gucken, was es in dem Spiel zu entdecken gibt, aber ohne so Hardcore-Loot-Running zu machen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und ich glaube, es ist nicht ganz leicht für Blizzard, diese drei Gruppen auszubalancieren. Also, gerade was so diese, eben was so die, ne, eben, das ist halt dann die Beutekiste, die irgendwie zehn Schritte zu weit vom Schmied entfernt steht, im Endeffekt, die halt dann so diese Hardcore-Gruppe, äh, stört. Deswegen ist, das ist für mich auch noch mal interessant dann zu sehen, wie das am Ende angenommen wird, von wem, dieses Spiel. Also, man muss da vielleicht mal kurz reinzugrechen, ähm, Leia hat recht, das ist die, wir sind da so tief drin in der Materie, dass das, was jetzt für uns dramatisch ist, also, ich nehme da jetzt mal die Community und die halt Diablo schon sehr lange verfolgen, für die, die ist das dann störend, aber 99 Prozent der Leute ist das einfach nur egal. Also, das muss man auch schon ein bisschen betrachten. Es gibt auch immer wieder diese Konflikte zwischen Hardcore-Gamern und Casual, weil Casual ist immer so ein bisschen negativ belegt, weil jeder, der nicht zehn Stunden am Tag spielt, wird dann so, ist uncasual. Also, dann versuchen wir auch immer, das hier ein bisschen offen zu halten. Man muss ganz klar sagen, die breite Masse finanziert auch das Spiel und viele Endgame-Inhalte, also, wo man dann, sagen wir mal, über Level 95 ist, das wird die breite Masse nicht erleben, weil die Zeit dafür nicht ausreicht und die finanzieren das damit, dass dann die Hardcore-Spieler hier ihre Sekunden rennen können. Also, da warte ich auch und da predige es auch meiner Community immer ein bisschen mehr Akzeptanz gefälligst, weil es ist nicht jedes Problem, ja, denke ich mal, unlösbar. Also, es soll mal prinzipiell für jeden funktionieren und jeder soll genau das machen, was er machen möchte und wenn euch die Kiste stört, wir können es ja mal feedbacken, vielleicht habt ihr Glück und ihr kriegt eine Kiste oder ein Pad, wo ihr was verkaufen könnt, da müsst ihr gar nicht mehr raus teleportieren, sondern könnt von, oder ein Esel, ein Esel-Mount, wo du die Sachen verkaufst, der Esel, bring den Esel, und dann reitest von einem Dungeon zum anderen, musst gar nicht mehr in die Stadt, hast keinen Cooldown mehr, den Esel rein, 9,90 Euro und go. Ich wusste es. Immer so schön, 9,90 Euro. Nicht die 10 Euro, immer diese schöne 9,90 Euro oder 9,90. Sagen wir mal, der Esel ist 9,99 Euro wert. Nee, aber das ist halt einfach so ein Thema, mit dem ich mich auch sehr oft auseinandersetzen muss, weil wir in der Gaming-Redaktion, wir arbeiten nur mit Leuten zusammen, die sich 24-7 mit Gaming auseinandersetzen und wir haben halt immer wieder dieses Problem, dass man dann die Scheuklappen aufsetzt und auf einmal auch anfängt, irgendwie nur noch für Leute zu schreiben, die so extrem tief in diesen Spielen drinstecken, wo du einfach sagst, nein, das ist jetzt gerade nicht, was die Leute brauchen, sondern sie brauchen, wie finde ich denn den ersten Questgeber oder keine Ahnung, ganz simple Sachen mit, wie funktioniert, ich kann das Tor gerade nicht öffnen, wie ist denn das? dann musst du halt erklären, okay, du hast ja diese Schlüssel und da musst du das und das machen und das ist einfach eine breitere Masse und ich glaube auch, dass sehr viele Leute jetzt kommen, die Jahre nicht gespielt haben oder vielleicht mal so ein bisschen zwischendurch gespielt haben, die halt Diablo 3 oder 2 abgöttisch gespielt haben und auch ewig einfach auf Diablo 4 warten, also ich glaube auch, dass da einfach eine wahnsinnig große Masse kommt an Casual-Gamern und natürlich auch die Diablo-Hardcores und das ist übrigens für MMO-Entwickler, ist das immer eine riesige Herausforderung, also wenn du da auch mit denen redest, dieses Nubis vs. Veteranen, immer ganz schwieriges Thema und ganz oft ist es dann so, wie Jesse sagt, dass man dann eben doch eher in Richtung Nubis entwickelt, weil ja, da kommt frisches Blut rein, es kommen Leute rein, die halt ab und an spielen, dann auch die Season-Pässe bezahlen und dies und jenes und der große Vorteil ist ja, dass wir mittlerweile auch, naja, Gaming-Culture insgesamt größer geworden sind und es auch Streamer für Jesse einfach gibt oder auch uns jetzt hier als solche Streaming-Channel einfach gibt, die dann sich das angucken können, also das macht ja dann auch Spaß, wenn man selber einfach Casual mitspielt und dann ist ja auch dieses ganz große Ding, da mach ich jetzt noch mal einen ganz weiten Bogen zurück zu auch Time-Events, das ist natürlich cool, wenn du dann so was hast, wie jetzt kommt hier der große Weltboss und du hast vielleicht nicht die Zeit, es zu spielen, aber dein Lieblings-Streamer Jesse Rocks hat's vielleicht gemacht mit seiner Community und du kannst halt zugucken, oh, wie der Run auf dem Boss ist und so, das ist ja auch das, was viele Casual-Gamer dann als Befriedigung haben, dass sie dann halt auch einfach Hardcore-Content sich angucken können und da auch einfach viel mehr mittlerweile möglich ist über YouTube, TikTok, Twitch und was weiß ich was und da halt auch Teil von einer Hardcore-Community sein können und dann im Kopf vielleicht Theorycrafting mitmachen und so, also das ist ja schon alles sehr vielfältig mittlerweile und irgendwie kommt man schon an die Inhalte. Ja, oder eben auch Bär-Dickel, weil du so wie du sagst, du holst dann die Leute ab und fängst halt mal an, du musst mal irgendwo anfangen, du darfst aber nicht zu stark nörden, weil sonst verlierst du ja die Leute, du kannst ja nicht schon mit dem Skillbaum anfangen, sondern du fängst mal wo an und bringst dich dann Schritt für Schritt weiter und jeder, der dabei bleibt, ist dann natürlich auch ein Spieler, der sich vielleicht tiefer reinhängt und später dann in deiner Gruppe sein kann, also das übersehen sehr viele, dass es neuen Spielern reinzuhelfen, generell vor allem auch jetzt mit den neuen MMO-Aspekten, es ist immer gut, wenn es eine große Community gibt, weil du auch viel mehr Gruppenbuilding und so weiter hast und ich bin sehr dankbar, dass Diablo 4 keine Add-ons hat und wahrscheinlich auch keine Add-ons erlauben wird, wie zum Beispiel bei World of Warcraft, was der mit Raider.io, wo es dann darum geht, du kommst nicht in die Gruppe, weil du hast ein Item-Level unter 1000 und du hast das und das nicht und den DPS-Meter sieht man, dass dein Barbar weniger Schaden macht, also ich bin sehr, sehr froh, dass diese Punkte ausgeblendet wird und das einfach mal jeder mitspielen kann und auch etwas stärkere Charaktere von Leuten, die mehr spielen, können jemanden mitnehmen, der weniger spielt, weil dann wird hier nicht so eine Schere aufgemacht. Ich kann es jetzt nicht besser erklären, aber dann wird halt nicht eine Schere aufgemacht und dann heißt es, in der und der Gruppe bist du nicht dabei. Ja, definitiv, absolut richtig. Was ich vielleicht noch dann spannend finde zu sehen, ist einfach, wenn wir dann mal das Spiel haben und wir das Endgame auch sehen oder beziehungsweise all die Aktivitäten, die halt dann nach und nach freigeschaltet werden, wie auch das PvP zum Beispiel in der Open World. Es gibt ja diese Felder des Hasses in der Open World, auf denen du Samen des Hasses sammelst. Früher waren es mal Scherben, dann haben sie sie umbenannt in Samen, weiß auch nicht warum, aber immerhin, indem du halt da Monster klopst und diese Samen musst du dann zu Altaren, Altären, Altaren? Schreinen tragen, um sie dort zu reinigen und erst, wenn du das gemacht hast, darfst du sie halt behalten, dann gehören sie fest dir. Bevor du das nicht erledigt hast oder während diese Schreinwaschmaschine läuft, bist du angreifbar für andere, die dir diese Samen halt wegnehmen können. Das soll so ein bisschen dann der Anreiz sein, da PvP zu betreiben. Und dann bin ich sehr gespannt, für wen ist das dann gemacht? Ist das auch eher was, was man so am Wegesrand einfach mal mitnimmt? Weil ich sehe, okay, hier ist gerade irgendjemand am Hass sammeln und vielleicht habe ich Bock, da einfach jetzt ein bisschen reinzustören, ja, oder mal vorbeizugucken und da irgendwie zu gucken, ob ich irgendwas abstauben kann. Oder ist das doch wieder so ein Hardcore-Ding, was man eher grindet, um irgendwie Cosmetics zu kriegen? Dann kriege ich halt das flammende Pferd, wenn ich irgendwie dann besonders viel PvP gemacht habe. So, und das, das, das beschäftigt mich halt irgendwie so, was jeden Aspekt dann angeht. Für wen sind dann eher die Dungeon-Runs vielleicht gedacht? Ist das was, was man halt mal macht, wenn man irgendwie einen coolen Schlüssel gefunden hat? Oder ist es was, was man tatsächlich grinden kann? Für wen sind irgendwie, für wen ist die Helltide gemacht, wenn halt irgendwie ein ganzes Gebiet überrannt wird von noch stärkeren Monstern im Endgame, was man sich da halt nochmal härter erproben kann und auch besondere Belohnungen vielleicht nochmal abgreifen kann? Ist das eher was, was ich so am Wegesrand mitnehme? Gehe ich da gezielt hin, weil ich sage, das ist richtig geil, dann da gibt es die coolen Sachen. Das wird alles noch sehr spannend, was Diablo 4 angeht, finde ich, wie sich es dann am Ende austariert, diese ganzen Inhalte. Also wenn man mal so eine freche Frage in die Gruppe, wenn ihr Diablo jetzt bewerten müsstet, von 10 Sternen, wie viel würdet ihr denn geben? Weil darauf kann ich euch dann festnageln und sage, hey Moment, du hast damals gesagt, nach dem, also der Release ist ja nicht mal so weit weg, ja, dann können wir mal so, aber mal so vielleicht wirklich in die Runde gefragt, weil es wird halt auch immer wieder nachgefragt, wie gut ist denn das Spiel jetzt? Soll ich mir das kaufen? Weil wir reden ja von, glaube ich, 70 Euro zum Einstieg, auf der Konsole sind es 80, weil es nochmal 10 Euro teurer ist und so weiter. Also so vom Bauchgefühl her, ihr habt auch beide die Demo im Dezember gespielt, also ihr seht auch ein bisschen den Progress und von den Aspekten, die jetzt hier sind, also wenn man da jetzt wirklich so ein ganz, ganz vorsichtiges Beta-Feedback in die Runde werfen müsste, mit den Sammel-Aspekten, wo wehrt ihr denn da ungefähr? Also jetzt aus eurer Perspektive. Die Lea rechnet schon die Punkte runter. Ich glaube, die hat schon so eine Tabelle und rechnet gerade zwei plus, eins minus. Genau mein Ding, dieses ganze Tabellen. Also ich bin niemals der Typ, der einfach nur Builds oder so online nachguckt und dann hier und da vielleicht ein bisschen auf den eigenen Geschmack tweakt. Das rechne ich alles immer selber aus. Bin ich voll gut drin? Nee, acht würde ich sagen. So vom Bauch her Beta-Feedback gerade acht. Ich habe das Gefühl, es könnte für mich langfristig so zum Release eine ganz starke neun werden, aber ich habe halt aktuell einfach noch ein bisschen zu viele offene Fragen, um zu sagen, es ist eine neun. Also ich habe wirklich so viel Spaß gehabt am Wochenende, also wirklich verdammt viel Spaß gehabt, gerade auch in der Gruppe. Also es ist für mich ein ganz tolles Koop-Spiel auch einfach mal wieder, wo ich auch so ein bisschen auf der Suche nach war, einfach mal wieder ein schönes Spiel, was man abends im Feierabend gemütlich machen kann. Tolle Atmosphäre und ja, aber dann gibt es halt noch so ein paar offene Sachen wie den Shop, den wir noch nicht kennen und wie wird das alles im Endgame? Ach nee, jetzt geht es noch nicht mit einer neun. Also gerade ist es eine starke acht. Ja, ich sehe auch viele Achter im Chat. Ich habe auch diverse Neuner gesehen. Es ging runter, aber es gab ein paar Vierer auch, also Leute, die recht unzufrieden waren oder sind bis jetzt. Die ein oder andere sechs, aber doch eine sehr, eine recht positive Tendenz. Ich persönlich würde sagen, ich gehe mal 7,2. Also wenn das nicht erlaubt ist, dann würde ich sagen 7, weil es für mich, also es gibt immer noch zu viele Dinge, wo ich mir denke, hätte ich mir besser gewünscht einfach. Und da stehen halt ganz vorne die Dungeons und ihr nicht vorhandener Abwechslungsreichtum. Auch was irgendwie, wenn sie halt zufallsgeneriert sind, verändern sie sich jetzt auch nicht so wesentlich, dass man dadurch eine komplett neue Erfahrung hätte, wenn man da reingeht. Zumindest bis jetzt. Also das ist für mich halt so ein aber elementarer Teil dieses Spiels und ich will ja auch in die Dungeons. Sie geben ja auch Belohnungen und das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber man kann ja für diesen Kodex der Macht neue legendäre Aspekte oder Affixe halt oder diese legendären Fähigkeiten freischalten, die man dann in Items übertragen kann, indem man Dungeons erledigt. dann kriegst du halt nochmal einen Effekt, der halt irgendwie dich mit einem Schutzschild umhüllt, wenn du Schaden nimmst oder sowas, weil du einen Dungeon erledigt hast. Also Belohnungen sind da. Es macht noch nicht so viel Spaß bis jetzt. So, das ist das eine und das andere ist, wie Leia ja auch gesagt hat, es ist noch zu viel offen, was ich am Ende ... Ich glaube, das wird am Anfang auch nicht perfekt sein. Ich glaube, wenn das Ding rauskommt und das ist ja immer so und das ist nicht mal jetzt eine Kritik an Blizzards, sondern so funktionieren Online-Spiele, ich glaube, es werden sich viele Dinge noch eintarieren müssen. Wenn es dann erscheint, was Balancing eh angeht, da ist immer ... Die Leute werden irgendwas finden, was OP ist, was Balancing der Aktivitäten angeht. Also auch da, die Leute werden irgendwas finden, was so viel bessere Belohnungen bringt als irgendwas anderes, dass das total ignoriert wird oder sowas. Aber ich glaube, da ist so viel noch, was sich dann irgendwie einwurschteln muss, dass ich denke, eine 7,2, wo ich glaube, das ist jetzt erst mal ganz gut. Ja, ein bisschen auch eben zurückhaltend. Es ist, ich sage mal, ich würde auch zwischen euch da, zwischen 7 und 8 würde ich es ansehen, eben wegen den offenen Fragen, obwohl ich auch schon ein bisschen entgehe, also die entgehe, die Fragen sind nicht mehr ganz so brennend, weil ich schon spielen konnte und muss sagen, ich war positiv überrascht. Also es wird nicht so eintönig, wie man sich das vielleicht denken möge, sondern da sorgt es auch für ein bisschen Ablässigung. Aber es gibt halt wirklich noch essentielle Fragen, die gehen halt Battlebears, Shop und wie es so weitergeht. Also performance-technisch, alle, die eine 4 im Chat geschrieben haben, da war halt oft dabei, dass es bei ihnen halt performance-technisch vielleicht nicht funktioniert hat, weil es gab ja, ich weiß nicht, warum es bei Diablo 4 sechsstellige Error-Codes gibt, ist das ein geheimes Signal? Habe ich da was überlesen? Also die Error-Code-Liste, die ist ja gigantisch, also was da gepostet wurde, die haben sich, glaube ich, gut vorbereitet für den Release. Also ich dachte mir so, okay, wir haben zehn Fehler, ich kann nicht einloggen, ich kann keinen Charakter erstellen und fertig, sowas. Aber sechsstellige Error-Codes ist echt schwierig. Aber von dem Rating her, mit den aktuellen Erfahrungen, würde ich zwischen sieben und acht. Es hätte wahrscheinlich wirklich das Potenzial, so das Spiel des Jahres zu werden. Aber da hängt noch ein bisschen was davon ab, also wie es wird. Und ich bin auch sehr gespannt auf die erste Season, da weiß man ja noch nichts. Aber das, was vorhin auch Lea meinte, das mit dem zurückhaltender Inhalt, ich gehe davon aus, dass die erste Season fertig ist und dass sie jetzt nicht alles rausgehauen haben, sondern weil du kannst das nicht einfach dann so linear draufstoppeln. Also das kannst du nicht sagen, jetzt ist die Season, das ist ein eigener Block, den setzen wir drauf. Also ich denke, die haben wirklich absichtlich ein größeres gehabt und gesagt, okay, das und das nehmen wir raus, auch eine komplett neue Klasse, die bringen wir dann hier. Ich hätte auch vermutet, dass vielleicht das Runensystem eben schon überarbeitet wurde, sie es aber für ein Add-on rausgeschoben haben und sich denken, wir haben jetzt genug, lass mal Runen weiterschieben und vielleicht müssen wir, also so nach dem Motto, es ist noch nicht perfekt getunt, wir müssen das ändern, lass es als Add-on Inhalt rausbringen und das schieben wir dann wieder zurück, weil, wie gesagt wurde, es muss ja schon vorbereitet sein. Du kannst ja nicht einfach sagen, go. Absolut. Ja, total bin ich deiner Meinung. Ich glaube auch wirklich, das Runensystem gibt es schon. Auch Set-Items wurden ja scheinbar schon getestet und dann aber wieder rausgenommen, also das existiert auch schon mehr oder weniger in einer gewissen Form. Plus, hey, vielleicht haben sie noch ein oder zwei neue Dungeon-Typen, jetzt muss man nicht zwei Schlüssel sammeln, sondern zwei Kuhglocken und die muss man an Kühe hängen, damit die Tür aufgeht oder sowas. Also, ich glaube, da lassen sie sich schon noch was einfallen. Das soll es an dieser Stelle tatsächlich gewesen sein für unseren Talk über die Beta von Diablo 4. Ich sage ganz vielen Dank an Leia und Chessie, dass ihr dabei wart. Fantastische Diskussionen. Das hat großen Spaß gemacht. Und, was ich natürlich euch unbedingt mitgeben möchte, mehr von Chessie. Seht ihr bei twitch.tv slash ChessieRocks oder auf YouTube bei 4Fansites. Schaut vorbei. Es gibt recht viel Diablo, glaube ich, aber hin und wieder auch ein bisschen Anno 1800, habe ich gesehen. Aha, okay. Ein bisschen Abwechslung muss sein. Da muss ein bisschen Abwechslung sein, ja. Sehr gut. Ansonsten. Ja. Außerdem, Anno 1800, es geht auch immer so. Das ist ja eh klar. Mehr von Leia. Liest und seht und hört ihr natürlich bei MeinMMO, wo es auch unfassbar viel einfach gibt an Guides und Inhalten zu Diablo 4. Also, auch da. Schaut gerne mal vorbei. Und mehr von mir bekommt ihr ja hier halt. Also, wo ihr jetzt gerade das hier seht und hört im GameStar Podcast. Lasst gerne ein Abo da, wo auch immer ihr uns seht oder hört. Es würde mich sehr freuen. Jedes Einzelne davon hänge ich mir an die Wand und sage, ah, toll, wieder eins geschafft. Also, na, wenn ihr möchtet, lasst eins da. Ansonsten hören und sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Noch mal vielen Dank an meine Gäste. Vielen Dank an euch alle und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020